moin die letter geht bald los und da habe ich mir gedacht mache ich mal ein besonderes format das ziel ist es dass ich hier mit einer zauberin das spiel komplett von akt 1 normal bis hölle akt 5 durchspiele und auch so ein paar mephisto runs dann mache dabei ist es wichtig dass ich komplett cell phone spiele also alle items die ich finde darf ich benutzen ich darf nicht handeln oder sonstiges und das alles quasi online das heißt also die die sachen die man im single player erleichtert bekommen zum beispiel dass ich die maps nicht resetten die sachen sind jetzt im bnet mir verwehrt das heißt wenn ich einmal sterben sollte und das spiel neu joinen muss sind die ganzen maps nämlich weg und das geht euch am bnet genauso warum ich das mache ganz einfach die ein oder anderen werden vielleicht nicht mit einer gruppe starten die mögen es vielleicht lieber alleine zu spielen und ich will zeigen dass man auch wenn komplett alleine spielt sehr schnell in hölle ankommen kann und farm kann und ich will einfach zeigen wie ich das so mache ich selbst werde natürlich in der gruppe starten und alle die von euch auch lieber in einer gruppe spielen die können auch gerne dann meinen discord server join und dort eine gruppe suchen für den letter start aber wie gesagt das geht auch ganz alleine dann seid ihr nicht abhängig von anderen leuten und wie ich das mache ist mit einer hybrid sorg feuer und kälte ich werde am anfang mit feuerball spielen dann irgendwann auf frostsphäre umsteigen und dann werde ich im endgame mit frostsphäre und mit feuerball spielen das ist der plan und alle wichtigen sachen werde ich jetzt halt immer so erwähnen die mir gerade einfallen oder ich werde auch ab und zu einfach mal gar nichts sagen gibt ja nicht immer was zu sagen dazu kommt dass das alles was ich jetzt hier mache tatsächlich off stream ist also ich mache das jetzt hier nur für youtube normalerweise mache ich mein gameplay immer auch live nebenbei aber das ist jetzt hier was besonderes für mich ich bin also offline also mein stream ist offline und ich rede quasi einfach komplett vor mich hin und habe kein chat neben mir bei meinen guides rede ich natürlich auch vor mich hin aber da zocke ich ja nicht das spiel durch also ist auf jeden fall jetzt hier für mich was besonderes und die höhle des bösen egal wann ich hier war es ist immer so dass ein monster am ende stehen bleibt ich bin gespannt ob das jetzt auch wieder so sein wird das ziel am anfang ist es eigentlich nur so viel gold zu bekommen wie nur geht also alle items die irgendwas wert sein könnten will man natürlich mitnehmen dann ist ein ziel halt vor allem runenwörter zu bekommen und durch die runenwörter ist es halt überhaupt möglich das spiel so schnell durchzuspielen natürlich geht es auch ohne runenwörter wir kennen das ja vielleicht von mr lama dem speedrunner der kann auch das spiel komplett ohne items durchzocken in schneller zeit aber wir sind ja normal sterbliche wir schaffen sowas nicht deswegen dürfen wir auf runenwörter zurückgreifen zum beispiel geist und welche runenwörter ich noch so baue das zeige ich euch dann genau ganz wichtig sind hier schon mal diese erstickungs gas elixiere die geben nämlich auch richtig kohle mit anderen charakteren braucht man die sogar auf einer zauberin brauche ich die vermutlich nicht aber wenn man kein mann hat man kann auch wo ich mehr so ein elixier schmeißen wo ist der schamane gleich zwei ich spiele mit controller aber am pc das heißt die nachteile vom controller und zwar das shoppen das kann ich dann ausgleichen weil ich dann ganz kurz einfach auf die maus wechsel ich habe jetzt auch gerade noch keine ahnung wie lange ich brauchen werde also ich werde vermutlich den lauf durch normal vielleicht vier stunden oder so könnte das dauern albtraum und hölle geht dann schneller also ich werde es aber trotzdem in drei teilen hochladen und jetzt der erste teil wird dann der längste das wird dann der normal schwierigkeitsgrad und die anderen schwierigkeitsgrade kommen dann auch als separates video raus und die gehen dann ein bisschen schneller als zauberin bei anderen charakteren dauern die vermutlich genauso lang mit meinem paladin dem habe ich jetzt gerade mal so durch hölle durchgespielt auch schon self found da waren dann die anderen schwierigkeitskarte die waren schwieriger aber nur weil ich halt nicht mit hammer den gespielt habe sondern mit heiliges feuer und heiligem schock ich wollte mir da absichtlich das leben ein bisschen schwer machen und für einen hammer den werde ich so ein video aber auch noch mal rausbringen vor der letter ist der plan und für einen elementar droiden wollte ich das noch rausbringen und mal gucken was mir noch so einfällt worauf ich bock habe es geht eigentlich primär darum worauf ich bock habe ich glaube diesmal dass ich es schaffe dass kein monster übrig bleibt aber am ende bleibt doch wieder eins übrig eins ist gerade nach links gerannt sofort hinterher also ich versuche auch alle wichtigen quests mitzunehmen aber unnötige quests wie zum beispiel blutrabe würde ich halt weglassen auch deckert kein muss man nicht unbedingt befreien kann man also auch weglassen ich glaube ich entscheide das spontan ob ich das mitnehmen oder nicht man muss halt ein bisschen leveln deswegen ist es jetzt auch nicht verkehrt deckert kein mitzunehmen aber leveln werde ich halt dann bei der gräfin vor allem oder skillen ist auch mit maus deutlich angenehmer so am anfang werde ich jetzt einfach weiter die feuerblitz pushen weil der feuerball den feuerblitz als energie hat das heißt wenn ich level 12 bin kann ich einfach weiter feuerball skillen und die punkte in meinem feuerblitz sind dann nicht verschwendet so ich hoffe dass die die letzte gruppe und dann habe ich das quest fertig ohne dass noch monster überleben ohja das quest kommt immer dann wenn noch fünf fehlen und ich zähle hier fünf monster wir haben es das ist selten das selten ok also das erste was ich mache ist noch mal eine scherpe kaufen aber erst mal gehe ich zu akara so dann haben wir mal ein paar sachen weg der stab hat ein paar skills drauf also gibt er gut gold ich kaufe schon mal so ein turm was ist das denn zwölf stelle erholung und zwölf blitz resi das ist ja ein richtiger endgame charm hier direkt ganz am anfang so ich verkaufe jetzt mal die elixiere das nenne ich mal einen guten zauber sondern kaufe ich mir noch eine scherpe gleich mana tränke ausdauertränke ein paar town portal scrolls und dann bin ich ready so wir machen hier die rein dann die scherpe nicht vergessen ein punkt noch mal ein feuerblitz am anfang als sauberin könnt ihr übrigens schon mal darauf einstellen ihr müsst eigentlich immer permanent tränke saufen ok alles gleich kein geld also gehen wir direkt weiter und ich glaube da die höhle des bösen ziemlich nah am eingang war kann ich glaube hier einfach aus der basis neu starten genau so und ich werde blutrabe nicht mitnehmen den akt 1 söldner den finde ich sowieso nutzlos der geht eh immer sofort sterben wenn man dann zeit mit dem verschwendet also wenn man versucht dem items zu geben oder so das hat für mich in der vergangenheit irgendwie nie einen großen mehrwert gehabt deswegen lasse ich den weg die schlüssel nehme ich mal mit so und jetzt nehmen wir hier die ausdauertränke da könnt ihr auch mehrere am stück trinken die dauer wird dann einfach addiert das dürften ja auch 30 sekunden einfach sein pro level am anfang skill ich vitalität vor allem aber auch ein kleines bisschen energie damit einfach meine mana tränke ein bisschen mehr bringen sind also ein paar punkte in energie also nicht komplett verschwendet aber jetzt am anfang erst noch ein bisschen weiter die vita pushen ihr müsst ja auch nicht jedes monster killen nehmt einfach immer mal ein paar also wenn hier diener sind würde ich die auf jeden fall mitnehmen aber diese ganzen kleinen schinder ne die heißen nicht schinder die heißen gefallener äh da müsst ihr jetzt nicht alle killen das bringt nicht viel erfahrung das ziel ist es so schnell wie es geht zu der gräfin zu kommen denn die müsste sowieso sehr oft töten weil die die ganzen runen droppt ja der feuerblitz killt alles mit einem schuss was will man mehr außer den hier der bauer zwei aber die anderen gehen alle mit einem schuss down das ist auch angenehm so aussah gleich wieder leer dann saufen wir mal weiter da soll es hier kein speedrun werden sowie bei mr lama ich versuche natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen tempo da rein zu bekommen aber es soll auf also es soll entspannt sein so hier ist der friedhof und da gehe ich tatsächlich einfach den weg wird zurück ich muss gucken wo die gabelung ist vom wegpunkt bin ich schneller ich glaube die gabelung ist da unten dann gehe ich noch mal zurück und gehe vom wegpunkt aus noch mal schnell los ich muss nur gucken ich habe noch ein tp das muss ich mir merken dass ich dann nicht irgendwann keine keine tps mehr habe also wie ich sehe ist hier die gabelung bei der höhle da müsste es dann zum feld der steine weiter gehen ich hoffe ich habe da nichts übersehen aber hier müsste es jetzt eigentlich geradeaus noch gehen ja perfekt schreine kann man mal mitnehmen was haben wir da fühlen das schreien okay aber da gibt es ja auch mal so schreien der edelsteine erfahrungsschrein ist halt der beste am anfang da würde ich mich freuen drüber ja und im feld der steine einfach immer dem dem weg hinterher und clans die sterben nicht mit einem schuss skelette gehen mit einem schuss down jawohl da ich eh deckert kane ignorieren werde brauche ich jetzt hier auch nicht den wegpunkt mitnehmen und mich um den komischen baum kümmern es hat halt keinen wirklichen mehrwert die meisten sachen identifiziere ich eh sofort wenn ich es im inventar habe und das gold was ihr dadurch spart da ich ja das meiste im inventar identifiziere spare ich halt meistens nicht so viel gold wenn ihr jetzt natürlich immer zu kane lauft dann kann sich das schon auszahlen aber wenn ich jetzt hier den weg lang laufe und ich finde weder wegpunkt und ich den wegpunkt nicht finde zwei diener gruppen ist perfekt 500 prozent xp gibt das nicht nur die bosse sondern auch die diener selbst so was wollte ich sagen genau wenn der wegpunkt hier nirgends auftaucht dann mache ich einen tp hier zumindest noch mal hin bei dem bei dem steinkreis und der ist nämlich immer am wegpunkt nicht am weg also ihr findet das immer wenn ihr einfach nur dem weg folgt und hier kann ich jetzt mal ein tp hin machen wenn ich jetzt im dunkelwald das direkt alles finde am besten den wegpunkt und diesen baum dann nehme ich tristram mit weil das halt dann schöne bonus xp gibt aber wenn das nicht der fall ist dann werde ich da jetzt nicht auf einmal ganz viel zeit rein investieren das sind nämlich alles mit sind ja auch diener geben gut gut erfahrung zack so nehmen wir mal hier noch die scherp und die kappe dann will ich außerdem zwei reihen mana tränke aufnehmen hier die sogar zweifach gesockelt zehn blitzwiderstand wunderbar nehmen wir mit ja okay so das lasse ich jetzt hier stehen ach so skillen wollte ich auch noch mal ein bisschen vita und feuer blitz so und dann geht es hier direkt richtung dunkelwald ja wenn jetzt so durchlauft dann könnt ihr ruhig immer die gegner mitnehmen die so neben euch stehen wenn ihr komplett alles ignoriert und einfach durchlauft dann kann es sein dass ihr euch irgendwann in der heldengruppe befindet und auch die gegner die hinter euch her laufen euch dann einkesseln und dann seid auf einmal tot das muss nicht sein also man kann ja ruhig einfach die meisten monster mitnehmen außerdem gehen die ja hier richtig schnell da und das sind jetzt helden und zwar bogenschützen das ist die ursache nummer eins warum man stirbt als zauberin und zwar wegen bogenschützen will es jetzt nicht vormachen wie man stirbt das war nicht der plan kälte verzauberung und ich habe halt nur den feuer blitz der immer nur einen trifft also ziemlich schwierig am anfang wenn die bogenschützen irgendwelche fiesen mods drauf haben wie zum beispiel extra stark da kann das sein dass man dann so von einer salve direkt gekillt wird oder wenn die irgendwie eine macht aura haben also müssen wir genau hinschauen und immer nach jedem schuss einfach einen schritt laufen das ist eigentlich das wichtigste nicht einfach stehen bleiben und schießen sondern immer wieder einen schritt laufen schön level und bei den schwachen heiltränken das ist halt das was so richtig nervt die heilen halt vor allem langsam das heißt ihr drückt auf den heiltrank und die hp gehen dann aber kaum nach oben weil er so langsam heilt und das killt euch auch sehr oft ihr drückt auf den trank und wundert euch warum jetzt auf einmal die hp nicht steigen das liegt dann einfach an dem schwachen heiltrank ihr seht der leichte mana trank der heilt mehr mana als ich habe das heißt wenn ihr gerade kein mana habt und den nutzt dann könnt ihr richtig weiter spam und trotzdem wird eure mana dann voll geheilt ob bitte der ausgang hier das sieht so gut aus es geht weiter ich hoffe dass ich das nicht alles zurücklaufen muss ich hoffe hier kommt daraus kann die höhle hier den unterirdischen durchgang dann kann ich übrigens am wenigsten leiden von akt 1 automatisch die heiltränke dort auf hat ja beim controller so eine automatische auffülltaste für den göttel die ist ganz praktisch und es ist level 2 statt dem ausgang und jetzt muss ich tatsächlich dass alles wieder zurück laufen wie hätte es auch anders sein sollen wenn ich hier das in einem youtube video aufnehme aber so ist es ja realistisch da sehen wir gleich mal wie das dann auch bei euch aussehen wird und richtig spannend wird es dann in der geheimen zuflucht auch noch ein skillpunkt hier levelt man aber schnell so 35 vita da werde ich dann vermutlich als nächstes auch mal 5 punkte in energie reinhauen so dann gibt es da rechts hoch vermutlich weiter oder da links hätte ich jetzt auch noch weiter gekonnt sehe ich gerade jetzt gehe ich bestimmt hier nach rechts oh wurfmesser geben richtig kohle die müsst ihr immer mitnehmen oh das ist eine sackgasse hier oh gott jetzt muss ich bestimmt doch genau dorthin wo ich gerade herkam es läuft es läuft hervorragend also meine ausdauer meine ausdauer tränke sind auch gerade alle und ich habe ja ein tp bei dem steinkreis und ich habe vorhin noch drüber geredet ich muss daran denken dass ich nur zwei tps habe was habe ich jetzt vergessen neues tp ihr seht ich bin kein speedrunner den würde so ein fehler nicht passieren aber normalerweise passiert mir sowas auch nicht aber jetzt ist es passiert was sonst ich versuche einfach weiter zu machen und ok also es war hier auch nicht der ausgang oh hier liegt ein ring den habe ich übersehen deswegen hasse ich diesen unterirdischen durchgang und hier liegt sogar ein portal sehr schön dann werde ich jetzt aber sofort in die stadt und mir ausdauertränke kaufen das portal in dem feld der stein ist jetzt geschlossen dann ist es so ist jetzt nicht weiter schlimm dann gehe ich halt nicht noch mal zurück wurfmeister 480 gold und bei ringen wäre es natürlich ganz cool wenn ich welche mit wenn ich welche mit schneller zauberrate bekommen aus der alixiere deswegen bin ich da eigentlich da gewesen oh heldengruppe die sind auch übel hier die freundliche ein wenn sie sich treffen aber sie geben gute erfahrung mana tränke und wir haben ein gehärtetes leder mit zwei sockeln perfekt das kann ich dann gleich schon mal für meinen runenwort tal mitnehmen und ich brauche noch ein bisschen stärke also im nächsten level werde ich dann mal fünf punkte in stärke reinstecken damit ich die schon mal anziehen kann so das sieht es aber nach dem richtigen weg aus es ist wie gesagt aber auch nicht so schlimm jetzt wenn man hier ein bisschen länger unterwegs ist weil man sowieso am anfang level braucht man braucht level 12 für den feuerball und wenn man das spiel einfach durch spielt ohne jemals irgendwas doppelt zu machen dann ist man meistens zumindest ging es mir so wenn man bei akt 5 ankommt noch nicht level 25 und das heißt dass man dort keine erfahrung bekommt und das heißt dass du sowieso irgendwo dann nochmal leveln musst die leuchtet grün das ist die conviction aura aber der mehr sowieso kein elementar schaden also ist jetzt nicht weiter schlimm die aura so jetzt habe ich gesagt stärke skillen ich brauche sogar 20 für die rüstung okay dann brauche ich noch ein kleines bisschen aber den kieferknochen hut den muss ich mal mitnehmen drei zu heulen der gibt dann nämlich gut geld so wir wollen also gar nichts im dunkelwald wir wollen einfach nur direkt zum schwarzmoor und gräfin fahren und im schwarzmoor muss ich jetzt aber sofort den wegpunkt finden denn die gräfin muss ich mehrmals fahren und das ist halt das was zum beispiel jetzt im bnet ordentlich zeit kostet wenn ihr single player spielt habt ihr das nicht das problem da könnt ihr dann immer wieder da seht ihr die map die bleibt einfach und dann könnt ihr das ganz schnell machen mit den gräfin runs während ich immer wieder suchen muss aber da es euch halt im bnet genauso geht will ich das jetzt hier auch im bnet machen das ganze den weg lang laufen bringt eigentlich gar nicht so viel ich könnte eigentlich direkt querfeld einlaufen ich muss sowieso den wegpunkt finden ich muss den turm finden also bringt eigentlich nichts wenn ich jetzt dem weg folge sondern lieber so ein bisschen am rand lang damit ich schon mal das ganze gebiet sehe das auch der trick das habe ich an meinem anderen video und dem map layout video schon mal gesagt wenn ihr dann vom wegpunkt aus den turm finden wollt geht es am schnellsten wenn ihr am rand der karte lang läuft der ist also meistens man muss immer meistens sagen irgendwo am rand der karte das heißt aber halt nicht immer manchmal ist er auch irgendwo in der mitte aber es lohnt sich also ich habe das jetzt schon sehr oft gemacht hier das ganze und ich kann bestätigen dass es wirklich fast immer am rand ist die diamanten könnt ihr mitnehmen rubine und sowas kann man auch direkt erstmal in den helm reinknallen weil man die unsere viere die braucht man eh nicht lang die also bei mir ist es meistens so gewesen ich sammle dann diese ganzen edelsteine und dann merke ich irgendwann in akt 4 dass ich sie gar nicht gebraucht habe und schmeißt dann wieder alle weg deswegen könnt ihr diese fort wenn ihr die findet auch einfach benutzen macht die in eurer in euren helm rein oder in eure rüstung die runenwörter könnt ihr nämlich erst später tragen ein edelsteinschrein und ich hatte sogar einen kleinen rubin dabei dann habe ich gerade noch gesagt hier zack ab in den helm das runenwort für den helm bekommt ihr meistens noch später das ist ja das ort und soul und die soll runde die gibt es meistens dann doch erst so albtraum so jetzt haben wir hier den turm gefunden und er war am rand der karte dort mal jetzt ein tp muss aber den wegpunkt suchen für die nächsten runs auch ich den wegpunkt und der wird vermutlich jetzt hier irgendwo in der mitte sein so jetzt gehe ich hier noch mal den weg in der mitte zurück und da müsste eigentlich gleich auftauchen irgendwo hier so könnte ich mir vorstellen ansonsten links von a doch ja hier ist er dann gehe ich jetzt in die ins lager zurück ich kann kurz noch die items verkaufen und zwar also hier schild und helm die rüstung behalte ich das hier verkaufe ich noch den diamant verkaufe ich jetzt auch weil ich sowieso nicht mit einem schild rumlaufen werde am anfang als feuerzauberin werde ich ja mit einem zweihandstab spielen beim turm müsst ihr immer links rum also aus charaktersicht links rum nachdem ihr quasi hier aus sicht vom ausgang also hier gehe ich jetzt raus aus dem gang und jetzt muss ich links abbiegen aus charaktersicht und hier sind archer also bogenschützen mit macht aura da muss ich jetzt sofort aufpassen und ich kann auch einfach mal ein safety tp machen wenn ich mich nicht so sicher fühle falls ich hier dann doch sterbe dann dann kann ich direkt wieder zu meiner leiche zurück wir spielen softcore das heißt sterben ist total egal taktisches sterben gibt es also man stirbt natürlich nicht mit absicht aber man nimmt es in kauf zu sterben das meine ich damit man versucht einfach so viel damage zu dealen wenn dann mal ein tod dabei ist es ist überhaupt nicht schlimm solange ihr ein safety tp habt das ist das was zählt also das tp was ich jetzt hier stehen habe das führt dazu dass ihr dann am ende kaum zeit verliert bei eurem tod so wir sehen schon den ausgang ein kurzstab der gar nichts kann dann kann ich auch wegschmeißen da gibt dann nämlich kein geld ja und der fokus liegt hier darauf die diener gruppen zu killen und wieder links abbiegen so muss das sein perfekt und wenn jetzt hier gerade in dem level der ausgang so nahe ist und ich die boss gruppe noch nicht gefunden habe es gibt ja auf jeder etage eine boss gruppe dann ist es so das ist jetzt kein grund da noch mal jetzt in dem level zu bleiben und den boss zu suchen das müsst ihr nicht machen das ziel ist ja am ende einfach so oft wie es geht gräfin zu killen für die runen da sind wieder helden archer und hier wollt ihr auch alle diener killen weil jeder diener auch diese 500 prozent bonus xp gibt deswegen alles mitnehmen ich brauche an runen tal et für meine rüstung und tier ral für meinen stab und ich werde jetzt hier so lange gräfin runs machen bis ich hoffentlich diese runen gefunden habe und aber auch bis ich also level 12 bin falls ich die ruhen jetzt alle finde innerhalb von zwei runs dann mache ich trotzdem noch ein paar gräfin runs hier ist ein boss da killen wir wieder alle die ganzen diener an vor allem die leichten tränke könnt ihr mitnehmen so turmkler level 5 und wir haben hier wieder ein boss ich mache jetzt auch mal ein selfie tp das müsst ihr dann irgendwann nicht mehr machen wenn ihr einfach so gut auskennt mit dem spiel dass ihr eh wisst dass ihr nie down geht aber ich hatte schon so meine momente ich bin jemand der immer mal unkonzentriert ist und bei mir ist es sinnvoll dass ich dann doch immer mal so ein tp stelle okay wir haben jetzt die 20 stärke dann kann ich die die rüstung anziehen so habe ich wieder ein bisschen mehr platz im inventar und ein ein ring mit zauberrate das ist sehr 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 glücklich ihr braucht so viel zauberrate wie nur geht am anfang denn die breakpoints das zeige ich ja immer wieder diese zauberrate breakpoints die ersten sind halt alle ganz leicht zu erreichen das heißt die frühen punkten zauberrate die lohnen sich am meisten und jeder breakpoint gibt euch ein frame das heißt auch so ein breakpoint direkt am anfang gibt euch einen frame schnellere zauberate und ich zeige gleich auch noch mal die breakpoints damit ihr wisst wovon ich rede für die die jetzt gerade gar keine ahnung haben was ich meine und wir brauchen tal et und tier rai und wir haben tal et sofort in einem drop sehr gut das ist schon mal das wichtigste tal und et die nächsten sind dann tier und rai für das runen wort blatt die rüstung die ich mir bauen werde metal et die hat eine level anforderung von 17 das heißt die muss ich jetzt noch nicht bauen aber die baue ich dann später halt wenn ich level 17 bin sonst bin ich level 8 und ich mache das jetzt aber bis ich level 12 bin so ein rare gürtel angriffswert bla 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 leben gift stärker reduziert und gift widerstand eigentlich bringt mir der gürtel nicht so viel da bringen wir die 10 bits wieder stand eigentlich ein bisschen mehr aber ich ich nehme den jetzt einfach weil es ein rare ist und weil er zumindest leben gibt dann ist es nicht ganz so schlimm also verschwendet ist es jetzt nicht so ich habe jetzt schon gut geld können wir kaufen jetzt einmal die portals voll das ist zwar ein bisschen geldverschwendung aber jetzt am anfang brauche ich kein geld ich brauche erst geld wenn ich mir meinen stab kaufen möchte und das ist auf level 19 ich kaufe sie am anfang auch keine stäbe das ist mir ein bisschen zu viel zeitverschwendung und vor allem weil ich mir den stab dann in akt 2 erst mit level 19 shoppe und da brauche ich auch all das geld dann was ich habe so ok jetzt sind wir hier und alles ist wieder unaufgedeckt ich muss den turm wieder komplett neu suchen und deswegen renne ich jetzt eigentlich erstmal an den rand der karte den ich jetzt allerdings leider hier nicht direkt finde so hier ist jetzt der rand ok gut und den laufe ich jetzt einfach ab einmal im kreis was ist das für ein schrein edelstein ich hatte gerade kein edelstein dabei das war dumm aber ich besitze gar keinen und ich wäre jetzt eh nicht zurückgekommen für den edelstein oder es ist gar nicht daran der karte das war die mitte ok jetzt habe ich den rand der karte dann laufe ich ihn aber jetzt nach rechts ab ach ich will die zauberate gleich einmal zeigen ich kann das ja mal kurz aufsagen einfach die meisten kennen das eh schon bei der zauberin sind die frühen breakpoints also ein breakpoint heißt ihr müsst genau den wert erreichen damit ihr überhaupt eine verbesserung spürt und zwar ist zum beispiel der erste dieser punkte bei der schnellen schnelleren zauberate bei der zauberin bei neun das heißt wenn ihr mehr als neun zauberate habt dann wird werde ich auch wirklich schneller zaubern wenn jetzt ein item habt das gibt es nicht aber wenn ihr eins habt mit acht zauberate das gibt es theoretisch doch und zwar ein gecraftetes amulett aber das werde jetzt am anfang nicht haben aber wenn jetzt so ein item habt mit acht zu schnellerem zaubern dann wird ihr davon keinen bonus erhalten weil der bonus erst bei neun eintritt und da ich aber diesen breakpoint bei neun habe und jetzt habe ich schon ein ring der mir zehn gibt heißt das dass dieser ring mir jetzt direkt schon den ersten breakpoint gesichert hat ich zauber jetzt also schneller als vorher der nächste breakpoint ist bei 20 würde ich jetzt also noch so ein ring haben würde es direkt noch mal ein neuer breakpoint sein danach geht es weiter mit 37 und 63 und 105 und 200 so das sind die ganzen dinge müsst ihr nicht auswendig lernen da kann man dann einfach eine datei offen haben oder eine seite wo man das immer wieder ablesen kann so die tun nämlich auch mal mit ja die rüstung die ich mir baue gibt mir dann zum beispiel 25 prozent dazu ihr seht wie viel zeit das kostet den turm zu finden und es scheint so als ob das einer hier der wenigen runs ist wo er nicht am rand ist aber ich glaube ich sehe hier gerade schon dass sie da ja das ist also es ist zumindest vom rand aus zu sehen gewesen dann hat doch was gebracht und ich war sogar schon fast da ganz am anfang musste einmal um den gesamten ja bogenschützen champion wenn man da einmal kurz nicht aufpasst dann kann es ganz ganz schnell passieren das welchen wäre fast mein erster tod gewesen ich kann übrigens schon garantieren dass ich irgendwann sterben werde das ist als zauberin überhaupt kein problem in hölle vor allem kann es auch zu sehr sehr vielen toten kommen bei meinem letzten durchlauf mit hybrid zauberin habe ich zumindest beim teleportieren gar keine tode gehabt aber das ist auch manchmal ein bisschen glückssache ja es gibt ein paar tricks und so eher so am rand lang teleportieren dann und nicht dorthin wo licht zu sehen ist weil licht heißt dass immer monster da stehen hier zum beispiel hier ich sehe schon hinter der wand dass es dort eine helle stelle gibt obwohl ich hier noch gar nicht wo ich da noch gar nicht war trotzdem gibt es ein fleck der hell ist und das sind dann immer monster die kann also schon ein bisschen sehen ohne sie überhaupt aufgedeckt zu haben und das hilft dann auch beim teleportieren es gibt gute erfahrungen das habe ich auch von mr lama der hat gemeint wenn hier eine champion gruppe von diesen teuflischen ist aber neben den champions auch noch ganz normale gefallen herumlaufen oder teuflische hießen die jetzt dann geben die aber auch die bonus xp sogar als ob das selber champion werden und champion geben 300 prozent bonus xp also helden und diener 500 prozent champion geben 300 also dreifache und das war jetzt ein ziemlich schneller turn sogar schon in ebene 5 wir haben hier wieder bosse das gibt richtig viel erfahrung deswegen sage ich ihr müsst einfach nur so schnell es geht hier in diesen turm kommen auch wenn ihr in einer gruppe spielt ignoriert einfach alles und lauft bis zu diesem turm und farm einfach den turm der speedrunner ja mr lama wenn der in seiner gruppe dann auch zur ledder spielt dann splitten die sich sogar dann machen die eine fünfer gruppe und eine dreier gruppe und fahren dann mit zwei gruppen den turm um schneller die ruhen zu bekommen aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig aber einfach diesen turm farmen das ist durchaus wichtig so noch ganz kurz ein schritt zurück also ich brauche noch eine tier und eine rei das ist eine netz ruhe ein reinfall und weiter geht's so ich mache einmal noch energie danach mache ich wieder mit vitalität weiter 1 max schaden kann weg das juwel kann weg ja das kann auch weg die nev rune die brauche ich später mal in hölle dann das wird dann eine nev rum rüstung könnt ihr also aufheben und ich nutze natürlich auch einen scherz dash das also den ja nämlich leer gemacht von euer gold muss immer rüber in den geteilten stash weil das dort nicht verloren gehen kann wenn ihr sterbt das ist natürlich richtig nice und manchmal sterbt ihr auch ganz oft am stück wenn ihr versucht eure leiche wieder zu bekommen oder so dann kann das auch mal so ein wie nennt man das ein chain feed wenn man fünfmal in folge immer wieder sterbt das ist eher so ein begriff aus dota ich komme ja auch aus der dota welt chain feeden wenn man immer wieder versucht irgendwas hinzubekommen und rein läuft und das ein tod nach dem anderen hagelt das kann auch in diablo passieren welches level bin ich jetzt level 9 also ich mache auf jeden fall noch drei oder vier gräfin runs bis level 12 und dadurch wenn ich dann level 12 bin geht auch der ganze rest vom spiel von akt 1 deutlich schneller ja den turm zu finden ist gerade hier das was am meisten zeit kostet da seid ihr dann im single player viel viel schneller das macht ihr dann in einem bruchteil jederzeit also ich würde sogar sagen dass was ich jetzt hier im bnit mache dass das ungefähr doppelt so lang dauert wie im single player aber so ist das bnit ist nun mal härter ja jetzt habe ich den fall wo der turm anscheinend wirklich mal nicht am obwohl ne warte das tp hier bringt nichts ich muss den einfach sofort nehmen denn wenn ich hier ein tp mache ähm wenn ich einen turm finde will ich auch ein tp machen also hier wird er auch nicht sein dann muss ich jetzt einmal durch die mitte der karte das ist natürlich ganz schade jetzt mit dem xp schreien das ist richtig richtig ärgerlich ich hätte es vielleicht so machen müssen dass ich dann vom wegpunkt aus mir den schreien hole das ist jetzt bitter dann kill ich wenigstens ein paar monster die hier lang laufen ich hätte glaube den speichern müssen den schreien dann hätte ich das tp an dem turm gemacht und dann wäre ich zum wegpunkt und hätten mir dort geholt also ich habe aber auch ein absolutes pech gerade was die maps betrifft ich hätte jetzt den ganzen gräfin run eigentlich schon fertig gehabt im single player und jetzt suche ich immer noch den turm aber hier ist er ja er ist sogar am rand schaut mal der ist sogar hier genau am rand von der ecke also wie konnte ich den hier übersehen frage ich mich aber zu spät ich habe ihn übersehen das hätte sogar geklappt am rand lang zu laufen ich hätte ihn super früh gefunden ich bin einfach nur zu dumm gewesen anscheinend die augen aufzumachen ich war ein tick zu dicht am rand man musste einmal über einmal um das komplette gebiet schade schade das kostet zeit jetzt sind ja auch leider keine gegner während ich den xp schreien habe hier sind diener jetzt noch mal bitte ein paar mitnehmen bevor der ausläuft ja das gibt es richtig gute erfahrung wahnsinn da habe ich zumindest doch noch ein bisschen was rausgeholt aus dem schreien jetzt ist er weg also ich hatte einmal ein paar champions und einmal eine ganze boss gruppe mit xp schreien das war okay geht natürlich auch noch mehr hätte ich aber den turm sofort gefunden hätte ich gar nicht den xp schreien gehabt muss ich auch sagen dann hätte ich den dann wäre ich ja gar nicht da hingekommen an die stelle ich hätte trotzdem lieber den turm als erst gefunden so wir brauchen immer noch eine tier und eine rahl rune ich hoffe dass jetzt eine der beiden runen droppt ich bin level 10 das heißt ab jetzt mache ich vermutlich noch zwei runs danach also ich habe noch dreimal die chance jetzt ein tier und eine rahl zu bekommen da müsst ihr auch aufpassen wegen der feuerwand wenn ihr hier so in der tür stehen bleibt so wie ich gerade dann macht ihr die feuerwand dorthin und die tut dann auch weh ich mache jetzt hier mal kurz ein tier ach eine rahl rune perfekt also brauche ich nur noch die tier rune so das nehme ich auch noch mit hier und ab ins nächste spiel rahl runen kann man auch mehr als eine gebrauchen denn feuerwiderstand ist immer gut wenn man dann irgendwann in akt 3 ist und in akt 4 so wenn ich mir das geld einfach mit nehmen wir ruhig nicht zack noch ein paar ausdauertränke gut den helm reparieren ich gehe mal schnell rüber und reparieren mich nervt dass das rote symbol und vielleicht geht es jetzt mal ein kleines bisschen schneller mit dem turm ich werde auf jeden fall darauf achten ein bisschen gründlicher zu sein so hier mal schon mal den rand der karte ich werde einfach nicht ganz so dicht am rand lang laufen sondern ein kleines bisschen luft lassen oder ist das hier der rand oder ist es wieder die mitte doch das ist der rand ne es ist nicht daran es ist die mitte der karte aber das ist der rand so und dann laufen wir einmal im kreis ja also ihr seht ja ich muss ja gar nicht so super dicht an dem rand laufen dann hätte ich jetzt auch den tor mitbekommen beim letzten mal da ist er auch ja also diesmal hat es wieder geklappt mit dem rand das war okay von der zeit und wir suchen die tier rune wenn ich jetzt level 12 bin und die tier rune hier noch nicht gedroppt ist dann mache ich noch weiter weil der turm trotzdem noch gute erfahrung gibt auch wenn ihr so ein level habt schon also ihr könnt auch ruhig bis level 13 oder vielleicht sogar bis level 14 hier weitermachen und die tier rune die droppt dann vermutlich irgendwann schon mal außer ihr habt halt super viel pech kann immer vorkommen aber die tier rune dann im weiteren spiel zu finden ist natürlich super glückssache dann lieber noch ein paar mehr gräfin runs machen und wenn ihr dann später aber euch entscheidet nochmal zurück zu kommen weil ihr unbedingt die rune wollt das lohnt sich dann halt nicht so sehr weil es dann keine erfahrung mehr gibt hier dann lieber jetzt wo es noch erfahrung gibt dann verschwendet euch hier keine zeit und die erfahrung braucht ihr sowieso und ich habe hier noch ein skillpunkt das machen wir mal das spart Zeit aber ihr seht wie dieses links rum laufen hier ausnahmsweise mal die ganze Zeit funktioniert manchmal ist es halt der fall dass ihr nicht links abbiegen müsst sondern dreimal rechts dann wäre es nämlich derselbe winkel wie einmal links und es geht quasi einfach immer um diesen 90 grad winkel zum eingang aber das könnt ihr auch in meinem map layout video dann euch nochmal anschauen oder auch nicht es reicht euch wenn ihr es reicht wenn ihr euch merkt dass ihr einfach links halten müsst aus charaktersicht das hat wieder funktioniert ok dann drückt die daumen für die tierruhne jetzt oder im nächsten run ich hätte sie lieber gleich dann bin ich auf der sicheren seite so ich mache einfach hier mal schon tp ach sie ist auf der anderen seite drüben ach sie aber Lima ich treffe sie von hier damals zwei talruhen und eine ad rune aber nicht die rune die ich brauche und zwar die tier rune dann geht es weiter bin ja sowieso erst level 10 also ich hätte noch einen run gemacht und ich hoffe ich hoffe sehr dass der nächste run mir meine tier rune bringt extra gold brauche ich nicht tal tal jugend könnte ich die tierrune nur mit zwei eldrunen aber je niedriger die rune desto niedriger ist sogar die wahrscheinlichkeit dass sie bei der gräfin droppt das heißt also l rune eldrunen und tierrune sind die seltensten bei der gräfin und die tal und so weiter die sind die die am meisten droppen ich glaube leider wieder komplett durch die mitte der karte das wollte ich nicht ich will einfach immer so schnell wie es geht den rand finden aber irgendwie laufe ich dann immer erst mal komplett über die map also jetzt zum beispiel hier stehen bleiben und die ganzen monster killen das lohnt sich dann einfach nicht mit feuerblitzes dauert zu lang das kostet zeit einfach nur die ganzen diener mitnehmen im turm das reicht aus hauptsache ihr werdet nicht eingekesselt hier und das läuft mal wieder richtig gut hier mit dem turm aber die postgruppe die nehmen wir mit das sind auch die und tiere die geben richtig erfahrung gleich level ab ja ein so ein monster hat fast einen halben balken gegeben level 11 also machen wir zehn punkte in vita und noch einen punkt in feuerblitz einen punkt in wärme mache ich nicht weil ich eben mana tränke trinken kann und selbst mit dem punkt in wärme muss man das meistens machen und mehr damage bedeutet dass es schneller geht wenn ihr unbedingt wärme wollt ja dann müsst ihr damit leben dass ihr weniger schaden macht und dann dauert alles länger und mana tränke saufen ist das normalste auf der welt also ist es zumindest wieder am rand gewesen aber schaut mal wie ich gelaufen bin ich bin genau links vom turm angekommen am kartenrand und dann einmal komplett drumherum und vollkommen in die falsche richtung also bei mir läuft's richtig gut gerade also klammern nein aber wenn die tierhuhn jetzt droppt dann läuft zumindest das mit den huhnen gut aber ich habe irgendwie das gefühl dass die jetzt nicht droppen wird ich hätte aber echt bock darauf diesen blattstab zu bauen wir sehen den ausgang schon auf der anderen seite da ist die boss gruppe da ist die boss gruppe der Audi der jetzt habe ich leider einen wert nicht im kopf und zwar gibt es den prozent wert und von eurem leben und wenn er diesen prozent wert verliert mit einem schlag dann wird die schnellere erholung ausgelöst und das ist genau wieder das funktioniert wieder so wie bei der schnelleren zauber rate das heißt da gibt es dann wieder diese Breakpoints und bei der schnelleren Erholung ist der zum Beispiel der erste bei der Zauberin ist bei 5 und dann 9 und dann 14 und dann 20 also das geht ganz ganz schnell dass das steigt und der Breakpoint bei 0 also da wo ich gerade bin das sind 15 Frames und eine Sekunde hat 25 Frames das heißt ich brauche ungefähr 0,6 Sekunden sind das wenn ich getroffen werde und das halt genug Schaden macht so dass meine schnellere Erholung ausgelöst wird deswegen lohnt es es ja auch sein Leben zu pushen je mehr Leben ihr habt desto weniger wird dann dieser Effekt ausgelöst weil nicht mehr diese Prozentschwelle erreicht wurde bei der Zauberin wird die allerdings recht lang erreicht weil die halt nicht so viel Leben hat und auch nicht so viel Leben dazu bekommt pro Vitalitätspunkt nämlich nur 2 so noch wieder ein Sicherheits-TP und jetzt wäre eine Tierrune wirklich schön die Hoffnung stirbt zuletzt also diesen Bogenschützen die kann ich nicht rauslocken Tierrune let's go okay wieder keine einen Run mache ich trotzdem jetzt erstmal noch wir sind ja auch noch nicht mal Level 12 also einer geht noch und dann muss ich mir echt überlegen also ich glaube der nächste Run gibt mir ungefähr Level 12,5 8 Feuerwiderstand den können wir auch mal mitnehmen und den Rubin machen wir noch in die Kappe so das sind wir noch genug hier vielleicht geht es ja mal ein bisschen schneller den Turm zu finden ein kleines bisschen das ist der Rand der Karte so und wir haben den Turm eine gerade Linie das ist doch mal so wünsche ich mir das das ist mal ein Ausgleich jetzt zu den ganzen schlechten Runs ich habe zumindest gleich mein Level 12 dann kann ich schon mal mit Feuerball weiterspielen ich meine wenn jetzt die Tierrune droppt wäre es der absolute Traum dann bin ich nämlich mein habe ich das Level 12 was ich eigentlich erreichen wollte und selbst wenn ich die Run halt früh gefunden hätte hätte ich so lange jetzt Gräfin gemacht bis zu diesem Level 12 weil man immer die ganzen Runen dort gebrauchen kann so jetzt haben wir hier noch ein bisschen Vitalität und wir haben Feuerball den muss ich jetzt neu beinden der macht ja jetzt 33 Schaden Feuerblitz macht auch aktuell 29 Schaden aber ich habe sogar noch ein Skill übrig sehe ich gerade aber Feuerball macht halt AOE Schaden das ist das Schöne und damit geht alles ein bisschen schneller also AOE heißt natürlich jetzt dass der Flächenschaden macht oh wäre das schön wenn jetzt die Tierrune droppt wäre das schön ihr könnt es euch nicht vorstellen wie schön ich das fände ich glaube ich will es zu sehr aber die bekommt nicht so viel Damage ja die hat eine Feuerverzauberung und Feuerverzauberung heißt auch gleichzeitig dass die mehr Feuerresistenzen hat deswegen geht die gerade kaum down und die explodiert halt beim Tod die gehen jetzt hier richtig schnell down mit dem AOE Damage wenn ich jetzt nur ein Monster angreife so wie in dem Fall ah ne wir haben keine wir haben wieder drei Runen aber es ist keine Tierrune dabei und jetzt mache ich noch einen Run und dann breche ich aber tatsächlich ab dann ist es so vielleicht mache ich noch zwei ich mache auf jeden Fall erstmal noch einen den mache ich definitiv ich überlege mir danach nochmal ob ich noch einen zweiten mache je nachdem wie viel der jetzt an XP gibt ich schaue mir das mal genau an jetzt wenn ich jetzt hier noch ganz gut Erfahrung bekomme dann mache ich noch einen weiteren noch hier mal ein paar von den Recktränken rein Smaragd ja sowas brauche ich nicht ja die Edelsteine die könnte ich alle direkt weghauen also ihr seht gerade am Anfang des Runs da geht ganz schön viel Zeit drauf und hinten raus wird es dann immer geht es dann immer schneller und schneller als Zauberin aber gerade diese Anfangszeit die kostet ich glaube die Speedrunner die wären jetzt schon durch mit normal an dem Punkt ich glaube tatsächlich dass die durch werden eine Stunde aber Singleplayer die haben da so ein paar ganz fiese Tricks die suchen sich quasi die resetten die Map öfter bis die so einen bestimmten Boss zum Beispiel haben der immer direkt am Wegpunkt auftaucht und da die dann Singleplayer haben speichert sich die Map und dann können die immer wieder sofort das Spiel neu join und vom Wegpunkt aus zu dem Boss laufen und dann sind die ganz ganz schnell Level 12 oder sogar bis Level 18 farmen die denen als Zauberin und da kann man das natürlich jetzt hier gar nicht mit vergleichen und außerdem geht es mir hier nicht um die Geschwindigkeit so sehr sondern ich will einfach einen effizienten Run einen angenehmen der aber auch vor allem leicht nachzumachen ist das was die Speedrunnern machen das kann man ja einfach nicht so leicht mal nachmachen so einen Heldenbogen schützen muss ich mir ein bisschen aufpassen den Diener hier nehme ich auch noch mit also meine Level gehen immer noch ziemlich gut nach oben das heißt also Level 13 sich hier zu holen ist auf jeden Fall eine gute Idee ihr rennt halt danach dann wirklich nur noch eine gerade Linie durch bis an Dariel und haltet nur noch bei Bossgruppen an wo ihr vielleicht sonst nicht weiterkommen würdet auch meine Monster einen Weg versperren dann haltet ihr kurz an ja also das ist ich war ungefähr bei drei Balken als es losging und jetzt habe ich schon wieder 1, 2, 3, 4,5 Balken das ist also auf jeden Fall nicht verkehrt jetzt hier immer noch im Turm rum zu hängen und da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu die Gräfin kommt noch jetzt bin ich sogar schon fast Level up ich vermute ich kann sogar dann auch bis Level 14 hier bleiben denn bei der Zauberin geht es ja auch darum je früher ihr Level 18 werdet desto schneller geht es dann mit dem Rest denn Level 18 gibt euch Teleport und bis Level 18 braucht ihr sowieso überall die XP die ihr mitnehmen könnt dann werde ich einfach bis Level 14 hier auch noch bleiben das ist jetzt mal ein Experiment normalerweise war ich jetzt hier immer schon raus aber ich mache das jetzt einfach bis Level 14 oder bis halt die Tierruhne droppt eine L-Druhne okay wenn ich jetzt noch zwei L-Druhnen finden würde dann hätte ich auch eine Tierruhne aber zwei L-Druhnen werde ich jetzt vermutlich auch nicht so schnell finden und ich bin quasi Level up das heißt es gab ungefähr sieben Balken gerade das lohnt sich also immer noch den Topaz den behalte ich sogar mal noch für Magic Find den nehmen wir mal noch mit so und weiter geht die Suche nach der Tierruhne das ist der Vorführeffekt weil ich das jetzt für YouTube mache da wollte ich mir besonders viel Mühe geben und natürlich musste das jetzt ja passieren ist aber egal es läuft halt nicht immer perfekt ab in Diablo man muss einfach schauen dass man dann immer mit den Gegebenheiten das Beste anfängt manchmal findet man den Monarch nicht für seinen Geist man muss es trotzdem dann einfach schauen dass man weiterkommt und solange ich aber halt hier gute Erfahrungen bekomme mache ich einfach weiter jetzt bin ich halt Level ähm 13 und jetzt wird es spannend ob die Erfahrung jetzt schon richtig krass abnimmt im Turm oder ob die immer noch jetzt mir zum Beispiel ein halbes oder mehr Level gibt also das wäre das Ziel mindestens ein halbes Level dann wäre ich zufrieden so dann haben wir den Turm wenn mir das jetzt ein halbes Level gibt dann könnte ich danach noch einen Run machen und wäre Level 14 aber ich glaube länger als 14 puh keine Ahnung muss ich mir wieder dann überlegen wenn es soweit ist entscheide ich spontan ich habe immer erstmal noch die Hoffnung dass die Tierruhne jetzt droppt oder zwei Eldruhnen oder eine eine Eldruhne und zwei Eldruhnen dann cube ich mir eine Eldruhne mit den Eldruhnen und dann mit den Eldruhnen danach die Tierruhne okay ich meine Tierruhne kann halt auch dann einfach später mal droppen in den Grabkammern zum Beispiel da droppen auch viele Runen nein so zwei Balken da sind die Champions nehmen wir mit muss aber vermutlich da nach links laufen hier müsste der Ausgang sein wenn ich mich irre jo okay jetzt bin ich gerade nur drei Balken gestiegen aber ich glaube es liegt vor allem daran dass ich kaum Monster bisher gesehen habe der Run davor hatte sehr viele Bosse und Diener Tierruhne go Edruhne und Talhune aber ich habe tatsächlich eins zwei drei vier fünf Balken also ich habe immer noch ein halbes Level bekommen bei dem Run dann gehen wir mal weiter Richtung Level 14 auf Level 14 höre ich auf habe ich jetzt aber entschieden also ich mache nicht weiter als Level 14 dann ist es so wenn die Tierruhne dann unterwegs irgendwann droppt dann bin ich natürlich happy aber ansonsten dann spiele ich halt ohne Blood aber es wäre ab Level 14 glaube einfach nicht mehr effizient genug in dem Turm zu bleiben das sind Diener Diener nehmen wir mit ich wollte eigentlich den Rand der Karte finden und laufe wieder komplett einmal durch das ist ein großes Level aber immerhin habe ich mal bisher null Tode habe ich ein Level da ist er zum Glück oh ja Fanatismus muss ein bisschen aufpassen Fanatismus Bogenschützen das kann auch zwei Bosse pro Etage sein aber mindestens gibt es ein Boss pro Etage das ist quasi garantiert den Manertrank den brauche ich oh den auch da drehe ich kurz um da sind Diener da bleibe ich stehen ich habe keine Ausdauertränke mehr so zwei Balken bin ich Level 14 und dann muss ich die Mission abbrechen naja es gibt halt noch die letzte Chance dass ich entweder die L-Runen L-Runen oder die Tierrune dann doch irgendwann mal noch unterwegs finde die Hoffnung stirbt zuletzt aber jetzt wollen wir uns erstmal noch den letzten Balken Erfahrung für Level 14 bumm Tierrune Tierrune Leute 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 okay wir sortieren ganz kurz mal die Runen Tal oh Gott habe ich viele Runen ne warte mal die L-Rune ist rechts die Tierrune ist die dritte die Eld ne die Neff ist die vierte und die Ed-Rune war Nummer 5 Rall kommt eigentlich nach Tal ist egal habe ich jetzt falschrum einsortiert und die Eld-Rune ist die zweite so jetzt ist es richtig sortiert und jetzt kann ich weitermachen oh Gott war das jetzt ein Krampf es hat am Ende doch noch geklappt und jetzt muss ich aber auf jeden Fall mal mit dem Akt hier fertig werden das dauert alles schon viel zu lang ich gab ihm gerade ein Gold ja aber jetzt renne ich wirklich einfach nur noch eine gerade Linie durch bis an Dariel ich bleibe nur noch für Heldengruppen stehen so jetzt habe ich ja die Map schon aufgedeckt ich glaube der links unten geht es weiter hey na ja ich habe auch einen Tee hier ich habe nicht einen Tee nee ich trinke einen Tee mache ich weiter machen zum Glück war das hier direkt Tamo hochland das geht ja jetzt auch ganz flott hier der einzige das einzige Hindernis wäre jetzt noch ein dummer Tod außerdem kann ich mal noch einen Punkt in ähm Frostrüstung skillen das muss ich mal noch machen die kann man immer mitnehmen aber jetzt gibt es hier echt schon nur noch ganz wenig Erfahrung also wenn überhaupt nur noch für Heldengruppen stehen bleiben und immer geradeaus so hier gibt es ein Layout was man lernen kann ich gehe jetzt hier in die Mitte jetzt sehe ich dass hier in der Mitte ein freies Feld ist und der Wegpunkt rechts ist dann weiß ich nämlich schon dass ich nach links oben gehen muss weil es hier nur drei verschiedene Layouts gibt zack und hier müsste es jetzt weitergehen außer ich habe die Layouts falsch gelernt aber schaut hier ist eine Tür oh ich glaube ich habe noch gar nicht geskillt und Zepter das gibt Kohle ja sowas wie Schmied das würde man schon mitnehmen den Hammer damit man dann hier Kälte zaubern also ich habe doch kein Skill übrig schade da kann man sich mal irgendwann irgendwelche Schuhe oder einen Reif verzaubern oder auch sowas wie oder auch sowas wie Handschuhe oder Gürtel halt vor allem die Sachen wo man keine Runenwörter dann benutzt man benutzt aber für einen Helm einen Runenwort deswegen müsste man dort wenn überhaupt einen Reif nehmen damit das noch besser werden kann dann als das Runenwort Ort Sohl gibt ja eins zu allen Fertigkeiten und oh ne den will ich aber mitnehmen hier ich stoppe mal kurz gerade wenn es im Inventarmanagement geht einfach schnell auf die auf die Maus wechseln so dann trinken wir einfach hier mal die Dinger auf und machen mal so und die kann ich eigentlich alle schon trinken die stacken sicher dann habe ich hier noch ein bisschen Platz so die sind ja nicht verschwendet wenn man die trinkt außer ich sterbe na dann sind sie weg aber die stacken ja das hält jetzt quasi ewig an dieser Effekt so hier Bogenschützen das sind Champions da bleibe ich stehen und nehme nur die Mana Tränke mit da nehmen wir ein Schlückchen aus dem Brunnen lecker schön abgestandenes Wasser hier in einem unterirdischen Kloster was gibt's besseres ne Tierruhne das war richtig schön dass das doch noch geklappt hat gerade so an der Grenze aber normalerweise habt ihr immer entweder die L und L Druhne um euch die zu queuben oder die Tierruhne selbst eigentlich bis Level 14 da klappt das immer aber das Wort immer darf man nicht benutzen in Diablo denn Wahrscheinlichkeiten können zwar sehr hoch sein auch 99% aber 100% ist nie was das heißt es gibt immer den einen Fall den einen Spieler bei dem es einfach nicht gedroppt ist und ich wäre jetzt fast einer von denen gewesen so ich muss mal ganz kurz ich habe hier auch so ein kleines auf dieser Cheat Sheet die ich immer nutze da stehen nämlich auch die ganzen Wege drin und zwar Kaserne muss man immer straight laufen also der Eingang war links oben also muss ich jetzt so ungefähr immer rechts runter da muss ich mich grob halten ja hat direkt funktioniert wäre ich jetzt links rum gelaufen dann hätte ich es nicht gefunden da ich aber weiß dass ich gerade aus muss hat das direkt geklappt und auch hier in Level 2 muss ich gerade aus und der Ausgang der zeigt zwar nach links unten aber gerade aus ist in dem Fall nach rechts unten weil das halt man muss diesen ganzen Block betrachten so jetzt geht es natürlich nicht weiter nach rechts unten dann muss ich jetzt eine Münze werfen ob ich hier lang laufe und dann nochmal nach rechts oder ob ich nach links so rum charaktermäßig muss ich mal vom Charakter aus das sehen oder die andere Richtung und dann rechts abbiegen na das ist zum Beispiel jetzt schlecht jetzt müsste ich hier nach links oben aber ich weiß ja dass es irgendwie rechts sein müsste und nach links oben zeigt das heißt eigentlich muss es jetzt da ganz oben sein und dann rechts abbiegen wenn ich mich jetzt irre dann kostet es natürlich richtig viel Zeit aber ich glaube hier gerade aus und dann rechts müsste das müsste der richtige Weg sein ja es hat geklappt das ist halt das mit dem Map lesen mit Map Reading was einem richtig Zeit sparen kann ich musste zwar einmal eine Münze werfen manchmal weiß man es nicht aber dann hat es geklappt so und das ist jetzt Level 3 Kaserne da muss ich links rum also diesmal nicht gerade aus sondern links rum der Ausgang ja jetzt muss ich hier aus Charaktersicht links abbiegen das erste Mal wenn es möglich ist da unten der Raum war eine Sackgasse glaube ich deswegen bin ich da nicht rein und Langstab ist ganz interessant für mein Runenwort Blatt da brauche ich nämlich einen Stab mit zwei Sockeln ähm ich verkaufe mal kurz hier ein bisschen Kram ist mir ein bisschen zu voll gestopft das Zepter da gibt Kohle die Handschuhe verkaufe ich den Schädel verkaufe ich die Wurfmesser verkaufe ich das Elixier verkaufe ich ja hier die schwachen Tränke die kann ich auch mal verkaufen so hauen wir uns nochmal hier so ein paar Tropfen rein den Topaz gleich kurz ins Stash nee den behalte ich im Inventar falls ich so einen Edelsteinschrein finde zack den Langstab wollte ich auch nehmen das geilste wäre halt ein Stab mit ja seht ihr hier links rum laufen hat sofort wieder geklappt das geilste wäre halt ein Stab mit Feuerball und Wärme und zwei Sockel drei Sockel aber zwei Wärme eins Frostnova das nehme ich warum weil der Feuerblitz vom Stab der bringt mir keinen Synergiebonus denn die Synergien zählen nur da zählen nur die Punkte die ihr reingeskillt habt also wenn ihr ein Item habt was jetzt drei Feuerblitz gibt dann wird euer Feuerball nicht besser das ist immer noch ein Irrtum weit verbreitet dass Leute glauben dass das der Synergie dann was bringt aber ist nicht so deswegen bringt mir der mit Wärme jetzt dann tatsächlich mehr ich würde zwar die Wärme nicht skillen wenn ich jetzt aber einen Stab finde mit Wärme nehme ich mit den hätte ich jetzt aber für mein Runewatch später nicht genommen da versuche ich mir dann schon einen mit Feuerball zu shoppen ich gehen also entweder hast du Glück aber der erste Stab mit plus zwei Feuerball den würde ich einfach dann nehmen und zufrieden sein aber das gucken wir uns nachher nochmal an wenn es soweit ist und zwar shoppe ich den erst auf level 19 weil ich dann am meisten Geld habe und mir war es beim letzten Mal so ergangen da habe ich dann schon versucht mit level 17 zu shoppen oder sogar das heißt ich versuche den Moment so weit es geht hinaus zu zögern damit ich dann das maximale Gold habe und deswegen muss man auch immer die ganzen Items die gut was bringen auch mitnehmen ich nehme jetzt hier nicht alles auf aber die Items die halt potenziell viel geben die nehme ich immer mit hier in den katakomben ist es übrigens komplett zufall wo es lang geht da man weiß es nur vom Wegpunkt also wenn man in Ebene 2 am Wegpunkt steht dann weiß man man muss rechts rum aber alles andere ist kompletter Zufall es gibt hier kein Layout was man lernen kann man kann höchstens ein paar dieser Stellen sich einprägen und dann weiß man zum Beispiel schon okay hier geht es nicht weiter das ist eine Sackgasse ach den Stab im riesigen Zustand den lasse ich da jetzt mal einfach liegen würde ich sagen aber ein bisschen XP gibt es sogar immer noch gleich nochmal Level up Sackgasse Schlossene Truhe sogar Schlüssel dabei dann machen wir das auch so ich wollte jetzt auf jeden Fall mal kurz einen Punkt in die Frostrüstung machen Eisrüstung heißt sie oh Kälteblitz ja nice der ätherischen können wir wegschmeißen so mal da ein bisschen Platz der hier ist eh vom Anfang der gibt kein Geld der Startstab und schon habe ich wieder Platz im Inventar die Frostrüstung die mache ich mal auf dem Button und zwar B so wir haben den Wegpunkt ja vom Wegpunkt muss man jetzt rechts laufen also der Ausgang Richtung Ebene 3 ist in einem 90 Grad Winkel nach rechts vom Wegpunkt also wieder aus Charaktersicht das heißt irgendwo in die Richtung hier in die ich jetzt gerade geschaut habe ist der Ausgang jetzt ist hier natürlich leider alles voller Sackgassen dann bringt mir die Info nicht so viel also zum Beispiel auch hier rechts runter das wäre quasi die richtige Richtung es geht immer nur um die Richtung in die der Ausgang dann 100% schauen wird also von rechts unten nach links oben wird das sein hier zum Beispiel könnte jetzt perfekter Ausgang sein also es geht nicht um den Ausgang hier die Treppe geht natürlich nach rechts oben aber es geht darum dass dieser Block nach links oben schaut und diese Richtung ist vordefiniert wenn ihr den Wegpunkt habt so das ist jetzt hier wieder komplett Zufall von Ebene 3 auf 4 ja man kann auch mal so einen Punkt in Frost Nova auch rein machen aber ich persönlich habe das jetzt nicht gebraucht ich habe meine Eisrüstung damit habe ich genug Sicherheit einen Ring ja also noch einen zweiten Zauberrate Ring könnte man mitnehmen ich hatte zumindest bei den Runen Pech aber zumindest wollte ich sagen bei den bei den Ringen hatte ich bisher Glück denn ich habe ja bereits einen FCR Ring und das ist richtig nice und außerdem ist die Run ja dann doch noch getroppt und ich glaube immer noch dass das keine Zeit Verschwendung ist auch wenn man bis Level 14 dort rum lungert irgendwann müsst ihr sowieso leveln und wir haben ja geschaut dass die XP ausreichend war ich habe immer darauf geachtet dass die noch gut steigt bei der Gräfin und solange das der Fall ist ist das keine verschwendete Zeit gewesen Champions ja auch noch Diener und Champions ne das geht nicht ich brauche mal ein bisschen mehr Mana Power ich brauche eigentlich zwei Mana Tränke rein in meinem in meinem Gürtel und nicht nur eine da muss ich gleich nochmal eine Änderung vornehmen schluss den Helm nehmen wir mit das ist eins der Items was dann auch mal ein bisschen Geld geben kann gibt aber jetzt nicht so viel wie ein guter Stab oder ein gutes Zepter oder also Zauberstab Nekrostäbe und Zepter die geben am meisten die Druiden Helme und die Barbaren Helme selbst wenn die massig Skills drauf haben die geben zwar auch ein Gold aber die haben mir nie so viel gegeben wie die anderen drei die ich gerade davor genannt habe so jetzt jetzt wäre es mal Zeit glaube für Andariel jawohl ja mit Feuerschaden ist Andariel super easy weil Andariel anfällig ist auf Feuerschaden wir haben mal ein Safety TP damit jetzt kein Malheur passiert und dann ziehen wir mal durch jetzt hier mit dem Akt so der längste Akt wie schon gesagt die Zauberin die wird dann hinten raus alles im Schnelldurchgang machen Rums was ist hier alles getroppt ein Knochenstab ein Ring ein Zepter okay der hat nur einen Sockel drauf einen Schuppenpanzer nehmen wir auch mit dann haben wir hier noch ein paar Edelsteine Saphir und Diamant und ich glaube die Wurfachse nehme ich auch noch mit gibt ja Kohle wow das ist ein Drop gehen wir direkt rüber zu Akt 2 und dann quatschen wir dort quatschen wir dort mit den Händlern okay eine Stunde 34 das ist jetzt eine Menge für Akt 1 durch das ganze Level aber dafür bin ich jetzt schon Level 15 und ab jetzt wird das dann ein zügiges Ding werden so was hat der hier 1 Feuerbrunze das bringt mir leider gar nichts gibt mir aber 10.000 Gold und der Scepter hat sogar Zauberrate ja das ist sogar richtig geil das könnte ich gebrauchen sogar aber da ich sowieso auf Level 19 auf einen Zweihandstab umsteige Blitzresi nehmen wir mal lieber mit oh schade Rearing ist leider nichts hat mir nichts gebracht ähm ich verkaufe das Scepter jetzt der Stab hier der gibt halt 10.000 den könnte ich in Akt 3 dann theoretisch verkaufen um noch mehr zu bekommen aber den Stab für meinen Huhn den werde ich halt schon in Akt 2 shoppen für das Tal Ed ähm ne für das Tier Rall wir nehmen aber schon mal Tal Ed ins Inventar auf so dann bauen wir uns die Rüstung dann ähm ich hole mir noch ein paar Mana Tränke achso ich hab grad mein Gold ich muss mal hier mal 5000 oder so nehm ich mal in meinen Haupt Stash so noch einmal noch die Tomes voll und dann ah perfekt schaut mal die Tür ist direkt bei Drogen dann muss ich nachher nicht das Spiel resetten wenn ich den Stab shoppe denn dann kann ich dort immer wieder direkt die Tür nutzen und rausgehen aus dem Akt 2 dann hat der neue Stäbe und dann shoppe ich mir meinen Feuerball Stab und ich hoffe dass ich da rechtzügig einen mit plus 2 zu Feuerball und zwei Sockel finde gut dann Karnisation Akt 2 muss ich jetzt einfach nur noch so schnell wie es geht durch da gibt es jetzt keine Agenda da muss ich nicht irgendwo was farmen wenn dann die Talrascher kammern aber da ich jetzt schon so viel Gräfin gefarmt habe könnte es sein dass ich das dann gar nicht brauche ich gehe dann vermutlich direkt weiter zu Akt 3 schaue einfach welches Level ich habe wenn ich dann im Akt 4 bin ich dachte das war ein außer ne verschaut ja ich glaube komplett falsch ne mutlich ist der ganz rechts ich laufe den weg mal jetzt zu ende noch seine richtig langer weg einmal ein leichter gürtel was war das nochmal und da droppt ne tier rune das heißt also dieser tier rune hätte ich jetzt spätestens das zweite mal gefunden also spätestens hätte 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 ich nochmal und hier ist eine Sackgasse ich glaube ich glaube ich bin schneller wenn ich nochmal da runter gehe und rechts abbiege testen wir das mal 40 Kälte Widerstand also muss also muss Ausgang eigentlich jetzt nach links unten zeigen also ich müsste jetzt irgendwo hin laufen ok ja das passt und hier muss ich links rum was ich meine mit Ausgang links runter das ist immer der Block wo der Ausgang sich befindet also die Stelle nicht wo ich die Treppe dann hoch komme sondern achso das in Mana schreien sondern der Ausgang von dem ganzen Block drumherum das ist irgendwie immer schwierig zu erklären kann man das halbwegs verstehen gut das hat alles erstmal hier nicht so gut funktioniert Level 15 bin ich immer noch ja also das mit dem links rum hat auch hier wieder gestimmt weil der die kammer wo Radamain drin steht die zeigt quasi nach links oben und der Ausgang in das Gebiet hier hat nach links unten mich quasi raus gelassen und das heißt also das hier von der Richtung ist quasi links rum genauso wie die das angesagt haben so Radamain mach ich mal so ein TP und dann muss ich mal versuchen ein paar Feuerbälle auf Radamain raus zu bekommen statikfeld habe ich jetzt noch nicht weil mein Feuerball einfach so viel Schaden macht und statikfeld Level 1 relativ schlecht ist das ist halt vor allem gut wenn man ein paar mehr Level drin hat und ich werde auch noch statikfeld das werde ich auch noch skillen nur jetzt gerade noch nicht vor allem für die Ballruns brauche ich dann statikfeld ich werde nämlich auch alleine leveln müssen ich bin ja mache alles solo und dann muss ich auch alleine leveln und im Bnet hier kann ich ja nicht einfach die Player hoch schrauben ich muss dann hier durch ziehen zack man muss alleine leveln alleine Ballruns machen und vor allem auch auf Player 1 aber es geht alles so machen wir mal so die Teil hat habe ich schon im Inventar damit ich das nicht vergesse ok dann geht es jetzt los Richtung einmal neue Fertigkeit da kann ich den Punkt in Feuerball reinhauen weil ich vorhin ja einmal die Eisrüstung geskillt habe dadurch hatte ich ja jetzt noch Feuerball offen die Käfer immer killen auch wenn es keine Diener sind die geben nämlich richtig richtig viel Erfahrung einmal ein Schlückchen Tee trinken würde ich sagen oh Heldenkäfer na was will man mehr so sind wir Level 16 das gilt auch immer sofort felsige Öde gibt es nichts da kann ich gleich weiter laufen verdeutte Hügel gibt es aber was und zwar den Hohard Riemenwürfel das ist ja immer ich mache jetzt aber hier erstmal ein TP auf und dann laufe ich weiter das Ziel wäre jetzt einen Wegpunkt zu finden aber das muss jetzt nicht der in den verdoruten Hügeln sein sondern es kann auch der in der Fernoase sein aber ich habe halt keine Lust diese Halle dann wieder komplett zurück zu laufen das heißt effizient wäre es einen Wegpunkt zu finden dann gehe ich in die Stadt dann gehe ich in mein TP mache die vor dort einen Hügel und dann gehe zum Wegpunkt kann aber auch jetzt in die Hose gehen wenn ich einfach keinen Wegpunkt finde wenn ich auf einmal die Wurm als Nächstes finde und immer noch keinen Wegpunkt aber dann muss ich halt einfach da durch und einen Wegpunkt suche und ich darf nicht das Level ab verpassen es ist immer so ich habe meine Rüstung ich habe Tal Add und immer wenn ich Level 17 werde dann habe ich das aber wieder vergessen und verpeile das dass ich dann mein neues Rune Trage dann drückt mal die Daumen dass ich das ist aber hier geil so viele Käfer drückt mal die Daumen dass ich hier einen Wegpunkt finde dass das einfach mal klappt da haben wir die Wurm Gruft ja das ist schon mal schlecht also es ist natürlich gut dass ich die jetzt habe aber für den Plan den ich hatte ist es jetzt erst mal schlecht egal wir haben die jetzt schon mal gefunden und jetzt geht es halt weiter ich muss halt jetzt dann je weiter der Wegpunkt jetzt von der Wurmkuft weg ist das muss ich dann alles nochmal laufen das ist halt das was ich jetzt was jetzt den Plan dann doch ein bisschen ruiniert es ist trotzdem besser das so rum zu machen dann hat man zumindest die Chance dass es richtig gut rund läuft da ist der Wegpunkt okay ja das hat gerade so noch gepasst dann machen wir mal so hier ich verkaufe mal einen eckigen Schild der gibt bestimmt ein bisschen Kohle schild 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 block rate und resistenzen 13 magic find yes das ist ein guter guter ring den nehme ich mit klar die blitzriesen sind gegen die käfer stark aber magic fein was will man mehr tja ich muss links abbiegen von dem ausgang eigentlich muss das ja in die Richtung sein bei dem frage ich mich immer was ist denn jetzt links es geht ja in alle richtungen der ausgang zeigt aber nach links unten also hätte ich jetzt gesagt müsste links rum eigentlich jetzt nach rechts unten bedeuten aber ich bin mir hier nicht so ganz sicher bei dem na gut das war jetzt mal eine richtig schöne sackgasse ok halbes level noch dann habe ich mal eine rüstung dann fehlen mir noch zwei fcr ok also links hoch ist es gewesen der ausgang zeigt nach links unten das heißt aber ok ich glaube ich verstehe es so halbwegs so hier muss ich wieder links laufen aber hier müsste es relativ deutlich sein dass ich nach dort muss ja ok und level 3 ist auch wieder links rum und das müsste eigentlich dann in die richtung sein und der hochradrien würfel ja das was ich jetzt mit controller das problem was ich habe ist das dass ich jetzt nicht wie die leute die am pc spielen den würfel im inventar lassen kann weil dieses ganze inventar management das ist so doof mit mit dem controller dass ich den tatsächlich einfach immer nur in meinen stash packe ähm was wollte ich noch machen ach so das knallgas elixier kann weg und theoretisch wollte ich kurz die dinger hier schon mal cuben so genau kaufen wir uns noch ein paar austral elixiere achso wenn ich level 17 werde muss ich doch schon ein punkt in telekinese skillen damit ich dann auf level 18 schon teleport habe das ist wichtig ne damit ich nicht dann erst auf level 19 teleport skillet das ist also jetzt trotzdem insgesamt ganz gut gelaufen weil die wurmkruft nicht weit weg ist vom wegpunkt also ich würde sagen ich habe insgesamt trotzdem zeit gespart mit dem ansatz und hier gibt es auch noch mal schön viel erfahrung breitschwerter kristallschwerter die hier droppen könnt ihr natürlich nicht nehmen für geist die werden nicht vierfach gesockelt in den wurmkruften müsste immer rechts rum das hat gut geklappt hier in also in ebene eins und in ebene zwei müsst ihr rechts rum aus charaktersicht und in dem letzten ort das ist ja hier also mensch und im letzten level müsst ihr immer rechts hoch also der ist immer rechts oben der käfer und guckt quasi nach links unten das wäre alles auch ein bisschen leichter wenn ich das mit hümmelsrichtung sage aber ich hoffe ihr versteht es trotzdem jetzt immer mit nordwesten und ganz ehrlich kommen wir hümmelsrichtung immer mal ein bisschen durcheinander nord-nord-osten wäre rechts oben und der müsste dann nach südwesten schauen also hier rechts zum beispiel jetzt abbiegen würde keinen sinn ergeben ich muss ja nach rechts oben nach nord-osten oh 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 ich habe meinen blitz resi ring abgesetzt abgelegt da muss ich jetzt gegen käfer müssen wir aufpassen so und jetzt müsste eigentlich hier der raum gleich kommen es ist nicht die richtige richtung der ist rechts oben schaut nach links unten das ist hier gerade nicht ganz optimal okay der weg biegt nochmal nach rechts ab dann ist es das und ich bin level abgleich und hier müsste jetzt der raum kommen wir feiern diesen glorreichen moment mit einem level ab oder reicht es es reicht leider doch nicht dann feiern wir später ich kann nicht noch mehr tragen ich kann nicht noch mehr tragen so kann ich dir nicht aufnehmen kann ich dir nicht tragen hier jetzt kann ich wieder zurück und zum wegpunkt ich kann übrigens schon mal tal add hier rein machen und dann wenn ich gleich level 17 werde dann habe ich das direkt feuerschaden braucht keiner braucht keiner braucht keiner okay auch alles keiner das braucht keiner so wie viel kohle habe ich jetzt schon auf der bank 60.000 und ich habe noch zwei level vor mir bis level 19 und ich habe gerade ja auch also ne ich bin noch nicht level so und jetzt muss ich das vergessene Tal Tal der Vergessenen Lost City Vergessene Stadt Vergessene Stadt heißt es glaube die muss ich jetzt suchen trotz allem werde ich weiterhin die ganzen Käfer hier killen und jetzt habe ich level und jetzt habe ich meine Rüstung automatisch schon an ganz kurz hier nochmal für die Leute die die noch nicht kennen auch wenn das ja so allgemeinwissen ist das ist hier Verstohlenheit Tal add 25% schnelleren gehen und 25% schnellere Zauberrate und 25% schnellere Erholung nach Treffer das ist also absolut krass Magieschan Rezil um drei ist auch okay aber diese drei Werte da oben die sind einfach heftig denn wir können uns ja kurz hier doch mal diese Breakpoints anschauen also wir gucken schnellere Zauberrate Zauberin hier 0 9 20 37 hätte ich jetzt den Ring noch nicht würde ich jetzt direkt den 20er Breakpoint erreichen da ich den Ring habe bin ich schon bei 10 gewesen bin es bei 35 also nur einer aber schnellere Erholung nach Treffer 0 5 9 14 20 ich erreiche also 1 2 3 4 Breakpoints jetzt einfach nur durch die Rüstung und schnelleren gehen bringt mir zwar jetzt noch was das bringt mir dann natürlich später nicht mehr so viel wenn ich eh teleportiere allerdings werde ich ja auch ab und zu mal laufen in der Stadt laufe ich und ein paar Schritte werde ich auch immer mal tätigen ich werde jetzt nicht nur noch teleportieren da ist die wie heißt sie jetzt nochmal vergessene Stadt und jetzt suche ich das Tal der Schlangen und man sieht schon wie schnell mein Traktor jetzt unterwegs ist die Frostrissung muss ich aber nochmal neu beinden da kommt nämlich der Teleport Knopf gleich hin die mache ich mal auf den Button hier ne ich habe noch einen anderen Button der auch gut ist so die Konsolen Buttons da habe ich zum Glück genug zur Verfügung ne jetzt sind nicht mal Diener keine Zeit verschwinden uha wir haben hier eine Treppe da haben wir die Ancient Tunnels das ist ja das Endgame Farmgebiet für Kältezauberinnen da gehe ich jetzt aber nicht rein ich ziehe direkt durch zum Tal der Schlangen und in den Tal der Schlangen muss ich links rum ja was ist jetzt links rum das ist halt echt was ist jetzt der Ausgang in welche Richtung zeigt er zeigt er vielleicht nach rechts oben eigentlich das kann sein man muss ja quasi den Block betrachten und der Ausgang von dem Block der zeigt er nach rechts oben der zeigt er nach rechts oben ich mache jetzt schon mal einfach ein Sicherheits-DP nur für den Fall der Fälle wir wissen nicht wie die Wiebeinen so drauf sind das heißt der Ausgang müsste eigentlich nach rechts unten zeigen und quasi links oben sein also so in diese Richtung hier weil ich das richtig interpretiert habe es sieht so aus als ob ich es richtig interpretiert habe ok da bin ich schon mal ganz glücklich mit Teleport ist das hier natürlich ein bisschen entspannter aber das war jetzt auch nicht unbedingt problematisch so weiter gehts ja jetzt gehts alles Schlag auf Schlag da oben ist das Amulett dann starten wir schon mal ins Inventar ach da ist beides mies die Schuhe hier und meine nimmt sich nichts ich glaube ich muss kurz mit Drognern reden damit ich in den Palastkeller komme grüß dich meiner ich darf rein Passierschein wie hieß der Passierschein in fünfte Element habe ich vergessen peinlich Passierschein 58 A oder irgendwie sowas natürlich bitter dass ich jetzt den Ausgang da so sehe und da nicht direkt hinkomme weil ich einfach noch nicht wieder mit 18 bin die Musik ist echt cool hier in Act 2 Diablo Musik generell richtig richtig stark den Wegpunkt da den brauche ich nicht hier komme ich nie wieder hin selbst wenn er nur einen Schritt entfernt ist brauche ich trotzdem nicht also immer mit meiner HP mal so ein bisschen runter gehen einfach auf den TP Knopf zu drücken das kann nicht schaden es ist eh nur ein TP was ist das schon es ist 100 Gold wenn man sich das so angewöhnt einen TP einfach zu stellen in solchen Situationen dann profitiert ihr langfristig so Ebene 3 da muss ich in die Mitte Feuerauge vielleicht finde ich den auch mal es ist so komisch ich sehe in letzter Zeit einfach nicht mehr den den Feuerauge okay ähm ich hole mir nochmal kurz Hausdauertränke ähm ich hole mir nochmal kurz Hausdauertränke ähm ja ich glaube ich habe genug Tränke ähm da verkaufe ich einfach mal einen kurzen Paar so reicht habe ich genug TPs das kann man immer mal checken ja habe ich und wir laufen theoretisch Hauptsache nicht den Weg mit diesem mit diesem Urgarten alle anderen Wege die kann man halt recht flott laufen hier gibt es auch keine Tricks egal wer irgendwas sagt es ist kompletter Zufall hier ja Ihr seht das Inventarmanagement, wenn ich auf einmal mal so einen Pod reinmachen will und das mit dem Controller mache, das ist dann schon ganz schön umständlich im Fight. Wurfmesser nehmen wir mit, ich glaube auch diese Elixier nehme ich weiterhin mit, weil die ja nur 1 Pixel kosten im Inventar und für den 1 Pixel geben sie gut Geld. Hier 500 für so ein Wurfmesser, 1000 für den Ring. 30 Blitzresi, ja okay. 300, nur 72, okay. Das ist ja sogar irgendwie ein Juwel, das ist ja quasi wie eine Ohrthrone, nur dass das Juwel überall geht, nicht nur im Helm. Gar nicht übel. Okay, das mit den Teleporten, das geht auch immer ganz flott. Nehmen wir. Rüber direkt dann. Auch hier muss ich nicht alles killen, ja wenn ich jetzt hier zwei da stehen habe, einfach weiter durch da. Einfach, sobald die mir den Weg nicht versperren, durchlaufen. Wäre eigentlich klassisch jetzt für YouTube, dass es natürlich dann der vierte Weg wird, ne. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich habe da schon so eine Vermutung. Also alles außer Weg 4 wäre schon ein Erfolg. Ein Trick gibt es, und zwar wenn ich hier auch Mana Tränke reinmache, in die zweite Reihe. So, und dann nehme ich immer nur die zweite Reihe, statt die erste. Wenn ich dann Mana Tränke noch im Inventar habe, dann kann ich die direkt trinken, obwohl ich sie nicht im Gürtel drin habe. Das ist ein geiler Vorteil bei Konsole. Das muss ich eigentlich auch ausnutzen. Also ich darf jetzt nur noch die zweite Reihe trinken. Dann schau ich das jetzt, ob das klappt. Geht natürlich nur, wenn ich im Inventar halt auch Mana Tränke habe. Ich glaube, ich habe da gerade keine. Oh, ich bin Level Up. Teleport. Aber man sollte nicht sterben beim Skillen, das wäre praktisch. Also habe ich doch den linken Gürtel-Slot gesoffen. Okay, Weg Nummer 2. Handschuhe nehme ich mit. Knallelixier. Und der Rest. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. So, jetzt geht das Spiel los als Zauberin. Wir machen aber auch noch ein bisschen Energie rein. Das mache ich auch nur am Anfang des Spiels. Weil Energie... Zwei Inferno, aber 9000 Gold. Das ist schön. So. Jetzt kaufen wir mal richtig viele Mana Pots. Und dann machen wir das mit diesem Trick, dass ich die zweite Reihe immer nur noch trinke. Nicht heim, ja. Mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert, so wie ich es sage. Statikfeld können wir uns auch mal nutzen. Also ich teleportiere jetzt ein bisschen. Na, wenn das ein Held hier ist, dann kann man den aber schon killen. Ja, schaut mal. Jetzt habe ich die zweite Reihe ausgesoffen. Und jetzt die... Der zweite Slot in meinem Gürtel. Der ist jetzt auf einmal durchsichtig. Seht ihr das? Und ich kann jetzt immer wieder dort drauf drücken. Und jetzt nimmt er einfach die Tränke aus meinem Inventar. Und säuft die. Also am Anfang könnt ihr nicht durchteleportieren übrigens. Ihr könnt immer mal so einmal teleportieren. So wie ich das mache. Aber so permanent teleportieren... ...wird schwierig. Wenn ich jetzt in einer Gruppe spiele, dann mache ich tatsächlich... ...dann level ich Teleport. Ich bin ja bei unserer Ledergruppe dann die Teleport-Zorg. Und in der Gruppe hat man sowieso genug Schaden. Und dann fange ich an, mein Teleport zu leveln. Damit das weniger Mana kostet. Und Statikfeld level ich. Denn die beiden Sachen bringen ja für Gruppenplay einfach ziemlich viel. So, es ist der Mund. Der Mund ist glaube ich ganz links. Hier, es ist der Mund. Das sieht man, weil das Logo beim Beschwörer, was fehlt... ...das ist immer dann... ...der... ...das richtige Portal. Ich gehe einmal noch in die Stadt. Hol mal ein paar Potions. Verkaufe nochmal den Kram. Wenn ich jetzt alleine spiele, da... ...skille ich da Teleport. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe das ja schon so oft gemacht. Aber ich habe vergessen, ob ich in Solo-Gameplay... ...auch ein bisschen in Teleport reinmache. Für die niedrigeren Mana-Kosten. Ich glaube, ich brauche das nicht, wenn ich dann die besseren Tränke habe. Achso, nee, es ist gar nicht ganz links. Es ist, glaube ich, das zweite von links. Ja, das zweite von links. Ich glaube, das Einzige, was ich halt brauche, ist ein bisschen mehr Mana-Pool... ...und die besseren Tränke. Ich glaube, selbst so ein Held hier lohnt sich nicht. Ah, ich glaube, so ein Held lohnt sich. Blut, Bauch. Ja, und wie gesagt, braucht ihr Level 25 in Akt 5. Also, das ganze Game skippen hier am Anfang als Zauberin... ...bringt auch noch gar nicht so viel. Wenn ihr dann in Akt 5 seid und auf einmal doch wieder leveln müsst... ...habt ihr nichts gekonnt. Also, Heldengruppen... ...oder generell so riesigen... ...riesen-Monster-Gruppen... ...kan man dann schon mitnehmen. Aber es sollten halt auch Gegnertypen sein, die... ...Erfahrung geben. Diese Skelette zum Beispiel sind furchtbar. Was Erfahrung betrifft. Ja, nur weil man Teleport hat, ist man hier auf einmal eine Endgame-Zauberin. Wäre auch gut, wenn ich ein bisschen aufpasse, was ich mache. Man säuft sich vor allem auch ganz, ganz schnell durch seine Tränke. Da ist es schon wieder... ...alles, was ich hatte, ist schon wieder leergesoffen. Ah, ich bin ja dafür auch schon wieder fast ein Level ab. Oh, ich bin ja... Ach, ich bin ja gut. Okay. Okay, da ich gleich bei Duriel bin, kann ich glaube schon mal die Auftorelixiere mir gönnen. Ja, vier Stück brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber das ist genau wie bei den Ausdauertränken, wenn ihr die Ausdauer-Elixiere dann nehmt, stacken die, also die gehen 30 Sekunden und die bringen halt nicht nur den Effekt, dass sie euch nicht mehr einfrieren, sondern die geben euch halt auch Kälteresistenzen und zwar 50. Angegen Duriel, der macht ja Kälteschaden, nennt man dann gerne die Kälteresis mit von den Elixieren. So, die trinke ich jetzt mal alle. Ich habe jetzt gerade keinen Söldner. Ich glaube, es wäre sinnvoll, hier schon einen Söldner zu haben, einfach weil der ein paar Hits tankt. Ähm, ich mache das mal kurz. Nur für die Wissenschaft. Ich gebe dem Söldner schnell irgendwelche Kack-Items. Ähm, gebe dem auch so ein Auftorelixier. Und gucke einfach, ob der ein paar Hits tankt, denn dann wäre das ja durchaus. Ich nehme einfach den, der das höchste Level hat. Hier ein Level 17er, gesegnete Führung. Okay, los geht's. So, dann geben wir dem kurz hier so ein paar Tränke. Gucken wir mal, ob er irgendeine schöne Waffe bekommt. Ich glaube, die kann er nicht tragen, ne? Er kann nur Stangenwaffen tragen. Das ist eine Stangenwaffe, die zwar gar nichts kann, aber dafür kostet sie auch wenig. Gibt es noch irgendwas hier? Schnellere Erholung und... Gut, ich will jetzt eigentlich hier nichts Teures kaufen für ihn. Nee, sorry, das Geld brauche ich für meinen Stab. Hier, du kriegst den Helm. Das ist das Beste, was ich dir geben kann. Ich brauche nochmal kurz hier so ein paar Potts. Für mich selbst. Und für ihn. Einmal mal schauen, ob der ein paar Hits tankt. Das würde mir schon reichen, dann kann ich halt mehr Feuerbälle raushauen. Für die Wissenschaft. Und los geht's. Wir nehmen direkt Potions auf an den Merc. Ja, und er steht ja gut. Hat ja ein bisschen was gebracht. Denn, schaut mal hier, ohne Merc muss ich halt permanent rumkiten. Wenn ich jetzt den nochmal belebe und dasselbe nochmal von vorne mache, Am Ende kriege ich, glaube ich, sogar mehr Schaden raus auf den Weg. Ich muss jetzt nur schnell sein. Hier Potts kaufen. Nochmal. Zack, zack, zack. Den nochmal resten. Und dasselbe Spiel von vorne. Ich glaube, das kann man schon machen. So teuer ist es nicht. So, zwei reichen. Und weiter geht's. Schaut mal hier, wie viel schießen. Wie viel ich jetzt schießen kann, einfach weil der Mercquartz ein bisschen tankt. Ich glaube, das ergibt schon Sinn, oder? Wie seht ihr das? Insgesamt wird's dadurch dann einfach angenehmer. So. Und wir haben Duriel. Der Akt ging jetzt dann deutlich schneller. Wir waren jetzt bei ungefähr, ja, 45 Minuten. Achso, warte. Wie rum war's? Nee. Peinlich. Erst mit Sherin reden. Dann mit Meshiv. Sherin, komm her, altes Haus. Sehr gut. Na, das ging doch alles ganz entspannt jetzt. Ja, ich glaube... Ich habe halt gar keine Items für den Merc. Also, ich spiele eigentlich immer mit Merc. Mein Ziel ist es, auf einer Zauberin, also immer mit Zauberin spiele ich mit Merc. Weil du halt den Vorteil hast, dass du teleportieren kannst. Und mit Teleport kannst du den halt gut am Leben halten. Und wenn man den am Leben halten kann, dann lohnt der sich eigentlich auch. Oh shit, habe ich jetzt eigentlich gerade... Nee, das war keine Stangenwaffe. Aber den Helm hier mit ein bisschen Resis drauf kann ich zum Beispiel meinem Söldner gleich geben. Es ist die Frage, ab welchem Punkt es sich lohnt, mit Merc zu spielen. Jetzt gerade frisst er ja durchaus auch mein Gold weg. Jetzt habe ich schon bestimmt 6000 Gold in ihnen gesteckt. Da muss ich dann schauen, ob sich das lohnt. Ähm... Und ich brauche ja jetzt noch meinen Stab, fällt mir gerade auf. Ich bin gleich Level 19. Und da wollte ich jetzt ja den Tierreihstab dann tragen. Das Ruhnwort kann ich auch nochmal kurz zeigen. Wobei, ich baue es ja gleich. Dann zeige ich es euch, wenn ich es gebaut habe. So, und da geht man dann zu Drognanen. Warte, stopp. Erstmal muss ich mein Gold abheben. Hier, zack, das nehmen wir alles mit. So, und da geht man zu Drognanen. Schaut die Stäbe durch. Und nur die, die zwei Sockel haben, sind interessant. Nur die mit zwei Sockeln. Hier, zwei Sockel. Ähm, der hat zum Beispiel drei Feuerblitz, zwei Feuerbrunst, zwei Verzaubern. Und das bringt mir aber nichts. Ach so, die Knochenstäbe. Ich glaube, die muss ich gar nicht anschauen. Die sind immer magisch, seht ihr das? Ne, der ist nicht magisch. Okay, also muss ich die auch anschauen. Kriegsstab. Also alles muss ich anschauen. Zwei Eisstoß. Also es sind sehr, sehr viele zweifach Gesockelte dabei. Das ist schon mal das, was wichtig ist. Und dann nehme ich den Erstbesten, der auch ein bisschen Feuerball gibt. Und dadurch, dass der hier direkt am Ausgang steht, der Drognan, geht das auch ziemlich flott in der Regel. Ich habe das schon getestet vorher mal. Und ich habe, wie gesagt, in fünf Minuten, habe ich sogar drei solche Stäbe gefunden. Und das hat sich dann so angefühlt, als ob das normalerweise recht schnell geht. Ja, ich bin natürlich jetzt gerade dabei, ein YouTube-Video zu machen. Und das könnte sein, dass es dann genau jetzt nicht klappt. Das hat zwei Sockel, aber ist halt magisch. Kann ich nicht nutzen. Muss ja... Feuerwand. Okay. Das muss ja ein grauer Stab sein. Zwei Wärme, zwei Zitterrüstung. Also, ihr seht schon mal, es gibt sehr viele mit zwei Sockeln. Jetzt muss halt nur einmal Feuerball drauf sein. Und es gibt ja gar nicht viele Zauber am Anfang des Spiels, die da drauf sein können. Deswegen ist halt eigentlich die Chance, dass da Feuerball drauf ist, relativ hoch. Ihr müsst jetzt nur durchhalten. Aber es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt einmal drei Feuerball findet. Ich werde sogar den ersten nehmen, der sogar nur ein Feuerball hat. Einfach, weil es nicht so wichtig ist. Zwei Feuerball. Und zwei Statikfälle. Ich glaube, das ist der absolute Hauptgewinn. Wow. Also, absolut geil. Ich bin begeistert. So, und da kommt eine Tierruhne rein. Und eine Rallruhne. Der hat jetzt Level 19 Anforderungen. Und jetzt gibt er mir drei Feuerfähigkeiten. Zwei zu Feuerball, weil der das ja schon vorher drauf hatte. Also insgesamt vier zu Feuerball. Dann gibt er mir drei Wärme. Das sind dann insgesamt sogar sechs zu Wärme. Und jetzt habe ich das Glück noch mit zwei zu Statikfeld. Und dann noch zwei Mana nach jedem Kill. Was auch nützlich ist. Die drei Punkte in Feuerblitz, die der mir gibt, wie vorhin schon erwähnt, bringen mir nix. Weil ich von den Synergiepunkten nur einen Vorteil habe, wenn ich die selber skille. Aber das ist doch jetzt mal, das ist gut gelaufen. Besser, als ich erwartet habe. Das hat jetzt wie lange gedauert? Ich glaube, schon so drei Minuten. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Genau, und komplett alles durchtehlen hier bringt gar nichts. Es bringt einfach nichts, weil ihr sowieso Level braucht. Also nehmt hier ruhig immer die ganzen großen Gruppen mit und teleportiert halt immer mal. Ihr könnt ja eh noch nicht so krass viel teleportieren. Und wir sind ja auch kein Speedrun. Wir können ja durchaus mal hier ein bisschen stehen bleiben. Mal ein paar Monster killen. So, jetzt haben wir den Stab. Nice. Oh, das ist gerade der Trank-Auffüll-Bug. Das ist übel. Ähm, ich stopp mal kurz. Das sind jetzt auch einfach zu viele Tränke hier. So viel brauche ich nicht. Und Schuhe. Ah ja, ich gehe ganz kurz das Zeug verkaufen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Energie. Der Stab. Der hier. Und der hier. Alles weg damit. Ja, die Figur bringen wir auch gleich weg. Sonst bringt die nur mein Inventar. Space. Da haben wir den goldenen Vogel. Den bringen wir zu Cain. Dann gehen wir zu Alcor. Der gibt uns ein kleines Schnäpschen. Rüge raus. Man muss dreimal mit ihm reden. Aufpassen. Zack. Erst beim dritten Mal. Gibt er einem auch den guten Stoff rüber. Und meine 54.000. Die packe ich jetzt mal wieder in meinen Goldschatz. Und die Tierruhne kann hier auch raus. So. Und das Elixier hier brauche ich nicht mehr. Weiter geht's. Jetzt muss ich auch immer mal ein Auge offen halten, dass da so ein paar Items für meinen Söldner droppen. Okay, das hier ist eine komplette Sackgasse. Also das mit dem Teleportieren klappt vor allem dann, wenn ihr die besseren Tränke habt. Denn die heilen dann so schnell, dass ihr durchgängig teleportieren könnt, solange der Trank läuft. Das Problem bei den jetzigen Tränken ist, dass der Teleport mein Mana schneller draint, als der Trank mich heilt. Und dadurch klappt das einfach noch nicht so gut mit dem Durch-Teleportieren. Aber spätestens mit den guten Mana-Tränken läuft das dann richtig nice. Beobacht. Ja, mein Merc trägt halt erstmal noch gar nichts. Einfach irgendeine Pike oder so, die man in die Hand drücken. Das macht dann schon einen Unterschied. Aber der Merc ist halt bei fast allen Charakteren nutzlos, außer halt auf der Zauberin, weil die die Fähigkeit hat, den zu retten durch Teleport. Weil er dann einfach dort ist, wo du hin teleportierst. Lass das die Spinnhöhle sein. Spinnen-Monster-Gruft ist die falsche, aber hier ist dafür der Wegpunkt. Die Spinnen-Monster-Gruft ist immer beim Wegpunkt. Und ich glaube, ich muss auf die andere Seite rüber. Ja, ah, perfekt. Hier ist aber der Schindersdschungel. Ja, das ist schon mal gut. Dann muss ich nämlich nicht durchs große Moor. Es gibt nämlich hier zwei Optionen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, denn aus dem Spinnwald kann entweder direkt das große Moor entstehen und dann muss man manchmal da durchlaufen, um in den Dschungel zu kommen, in den Dschinder-Dschungel. Aber manchmal splittet sich das direkt im Spinnenwald und dann geht es zum einen zum großen Moor und aber auch an der anderen Stelle zum Dschinder-Dschungel. Und das hatte ich gerade. Deswegen habe ich jetzt hier direkt den Dschinder-Dschungel aufgedeckt. Jetzt muss ich aber noch die Spinnenhöhle finden. Ne, das Elixir brauche ich nicht. Und die könnte vielleicht hier sein. Ja, perfekt. Das ist richtig, richtig, richtig gut gelaufen. Da habe ich jetzt mal ganz viel Glück gehabt. Gerade jetzt im Normal, wo ich noch nicht so viel teleportieren kann. Oh, mein erstes Unique. Das ist natürlich eine super Erleichterung. Und die Truhe ist hier immer links unten. Drüben. Oh, ich glaube, da will ich nicht rüber teleportieren. Da sind nämlich echt fiese Bosse. Dann nehme ich mal lieber den sicheren Weg. Teleportiere ein paar Meter weiter links oder rechts hin. Und schieße die einfach ab. Jetzt habe ich gerade keinen Mana mehr. Mein Work direkt down. Ja, das ist meine Schuld, weil mein Mana alle war. Tut mir leid, Brudi. Eine heilige Kugel. Bringt mir jetzt nichts. Denn besser als mein krasses Ruhnwort kann die eh nicht sein. Aber wir haben jetzt schon das erste Organ. Und wir haben schon den Eingang zum Jinderdschungel. Also das ist wirklich stark gelaufen. Wir haben einen Blutrausch. Der ist sogar gut. Also wenn ich jetzt keine Zauberin wäre. Das macht richtig guten Schaden. Offene Wunden. Ja, die ist dafür nicht so gut. Aber ich brauche ja eh keine. So. Dann holen wir uns trotzdem den Söldner mal wieder. Hätte ich gerade Mana gehabt, hätte ich den ja auch weiterhin am Leben halten können. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt. Feuerball. Also ich bleibe jetzt dabei mal den Feuerball weiter zu skillen und nicht teleport. Das würde ich, wenn dann in der Gruppe machen. Ich glaube, ich versuche das jetzt erstmal ohne Teleport skillen. Und ich glaube immer noch, dass ich dann sobald mein... Sobald ich die größeren Tränke habe, dass das sich dann von alleine klärt. Oder sobald ich halt Geist trage. Denn Geist gibt mir Mana Pool ohne Ende. Und ein Geistschwert trage ich ja auch am... Also dann, wenn ich Akt 5 durch habe, dann mache ich Q-Level. Bis ich ein Kristallschwert finde. Oder ein breites Schwert. Und dann... Habe ich auch... So, hier muss ich übrigens aufpassen. Jetzt, weil ich nämlich nicht viel Feuerreses habe. Und mein Merc ist down. Und ich gleich mit... Ich glaube, den Merc lasse ich jetzt hier mal kurz weg. Der stirbt nämlich einfach gegen diese Feuerviecher instant. Und ich selbst muss halt auch höllisch aufpassen, weil ich noch nicht viel Feuerreses habe. Ups. Ich werde dann noch richtig viel leveln müssen. In Akt 2 mache ich das. Also hier, Feuerresesamen wäre schon ganz angenehm. Ich habe gerade wieder verkackt mit den Trankslots. Ich muss dran denken, immer nur den zweiten Slot zu trinken. Ne, das ist ja der Trick, den ich vorhin erklärt habe. Wenn ich nur den trinke, dann... So, ich mache einmal den Merc noch. Ich versuche es nochmal. Das ist jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Aber der ist halt gegen den Held gestorben. Das war so ein Held Schamane und ich hatte da wieder gerade ein bisschen mit meinem Teleport verkackt. Also ich gebe dem nochmal zwei, drei Chancen und schaue mir an, wie er sich schlägt. Denn hier so bei den ganz normalen Seelentötern, da macht er ja seinen Job. Und zwar einfach so die Hits tanken, damit ich in Ruhe Feuerball schießen kann. So, was ich hier suche, ist den Jinder-Dschungel. Das ist auch wieder einfach so ein Dungeon, wie die Spinnhöhle. Und ja, den Gipton. Den Gipton gibt mir einen Rare Ring. Und da kann natürlich auch wieder ein Faster-Cast-Raid-Ring dabei sein. Sorry fürs Englisch. Hat man sich irgendwann so dran gewöhnt, dass man das meiste in Englisch ausspricht. So, das hier sieht gut aus. Jinder-Dungeon, dann ist aber hier auch der Gipton. Denn der ist nämlich immer genau in dem Gebiet, wo der Dungeon ist. Da ist er. Normalerweise würde ich jetzt auch hier weiterrennen, bis ich einen Wegpunkt finde. Aber da ich ja teleportieren kann, müsste ich den auch, diesen Jinder-Dungeon, sehr schnell wieder zurückkommen. Deswegen ziehe ich jetzt mal direkt durch. Aber ich kille trotzdem immer die Monster hier. So Helden oder große Gruppen an Monstern, die kille ich einfach. Denn ihr braucht die ganzen Level. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber ich habe ja heute auch kein Chat. Das heißt, ich muss mit mir selbst treten. Noch eine Tierruhne. Nur normal müsst ihr leveln. In den anderen Schwierigkeitsgraden, da brecht ihr dann wirklich durch. Ihr seht, warum man hier mit Feuerriesis nichts falsch macht. Also der Damage von denen, der One-Shotet mich fast. Das heißt, wenn ich hier eine Reihruhne in meinem Helm hätte, das macht man normalerweise. Dann würde ich kaum Schaden bekommen von denen. XP-Schreien, das ist sexy. Magische Sense, soll ich mir die mal anschauen? Mein Merc ist doch immer noch so schwach auf der Brust. Ich habe zwar gerade XP-Schreien, das muss ich hinmachen. Damit ich nicht zu viel Zeit verschwende. Hier, weg. Sense aufnehmen. Oh nein, ich habe keinen. Oh, ich weiß, ich habe XP-Schreien. Es tut mir leid. Das tut bestimmt weh gerade beim Zuschauen. Schaut mal hier, die macht ein bisschen mehr Schaden. Und hat auch viel mehr Angriffsgeschwindigkeit. So, weiter geht's. Ich muss auch mal gucken, wie viele Town-Portals ich habe. Das tat mir selbst gerade weh, glaubt mir. Mit XP-Schreien in der Base rumlaufen. Das ist nicht so smart. Bender-Rüstung. Die geben wir mal einfach dem Rock. So, Bodi. Jetzt hast du mal eine ordentliche Rüstung. Oh, Puppen sind hier auch. Also aufpassen. Den werde ich glaube auch behalten, den Zauber. Je mehr schnellere Erholung, desto besser. Gerade fürs Teleportieren. Ich habe das noch nie beim Durchspielen gefunden, übrigens. Diese Zauber mit schnellere Erholung nach Treffer. Also die Riesen-Zauber. Vielleicht mal einen kleinen Zauber. Ah, schaut mal hier. Der Murk. Ah, der macht einen guten Job. Also der eine Tod lag halt an dem Held. Aber seitdem macht er einen richtig guten Job. Ich habe immer noch XP-Schreien. Schnell noch ein paar Monster killen. Oh, das war Glück. Ohne Feuer-Resin, Akt 3. Ich habe immer noch XP-Schreien. Komm, wir killen schnell. Okay, weg ist er. Warum gehe ich in meinen TP gerade an? Ne, ich muss den zurück-teleportieren. Aber den, ähm, gibt den. Ach, den habe ich jetzt schon zu Ormus gebracht. Ich habe mir den Ring noch gar nicht angeschaut. Jetzt. Ah, das ist wieder ein richtig schlechter Ring. Ein richtig schlechter Ring ist das. Ganz, ganz schlecht. So, eins, zwei. Und die Tyrone kommt dorthin. Und das machen wir dorthin. Den Topaz nehmen wir mit. Und Town-Portles haben wir genug. Und ein Punkt im Feuerball. Und dann geht es zurück. Durch den Dungeon hier. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? 20. Ja. Ist okay vom Level, aber ich werde definitiv wieder leveln müssen. In Akt 2. Ich muss dann nachleveln noch. Liegt hier einfach mal ein Set-Helm, den ich übersehen habe. Zum Glück bin ich hier nochmal vorbeigekommen. Ich glaube aber gut ist der nicht. Ne. Da ist es besser gar keinen Helm zu tragen. Natürlich nicht, aber. Der ist ja mal. Gut, er hat Schaden reduziert um zwei. Was will man mehr? Schaden reduziert um drei. Wie heißt eigentlich mein Merc? Gemali? Sympathischer Kerl. Macht einen guten Job. Hier haben wir es. Ich mache einfach mal ein TP. Für den Fall der Fälle immer mal ein TP aufzumachen. Wenn man hier einen neuen Jackpoint erreicht hat. Habe ich vorhin schon gesagt. Das ist nicht doof. So, wir machen hier den Aderslam Esens Quest. Wegpunkte brauche ich eigentlich nicht hier. Kommt man hier rüber mit der Maus? Wenn ich Teleport mit der Maus nutze. Muss man kurz testen. Tatsächlich. Mit dem Controller nicht. Seht ihr das? Das ist ganz schön fies. Oh, da haben wir direkt den zerfallenen Tempel. Hier der Trick. Der ist immer im Bazar von Kurast. Der zeigt immer nach links unten. Und der heißt immer der zerfallene Tempel. Also das ist quasi der fürs Quest. Findet ihr also super easy. Und ihr müsst nicht in alle sechs. Sondern ihr müsst nur in einen einzigen. Und wisst dann auch sofort schon, dass es der richtige ist. Schwupp. Ich würde sagen wir holen uns einfach gleich die Stats, oder? Stopft das Inventar nicht so voll. Einmal zu Alcor rüber huschen. Ich habe nämlich gerade eh wieder ein bisschen Stuff im Inventar. Nice. Wir haben Achso. 13 Mana. Ne, brauche ich nicht. Okay. Danke dir, Brudi. Ich wollte nämlich eh wieder Mana-Tränke kaufen. Deswegen hat sie es gerade angeboten. Es geht schneller, wenn man hier so links klickt. Aber das geht tatsächlich bei mir nicht. Weil die Maus immer ein Tick zu weit oben ist von dem Jahr. Das heißt, ich könnte das mit der Enter-Taste machen. Aber da ich ja hier kein Speedrun mache habe ich die Zeit. Ich mache das einfach mit Rechtsklick. Ich teleportiere ja auch mit Controller. Mit Maus und Tastatur ist man da immer schneller. Aber ich mache keinen Speedrun. Mir geht es hier auch ein bisschen um die Entspannung. Es soll Spaß machen. Wir haben hier zwei Krummschwerter. Klar, ich will schon effizient spielen, wie gesagt vorhin. Aber kein Speedrun. Ich trage noch kein Amulett. Das ist mein erstes, oder? 52 extra Gold. Na gut. Wenn ich gar keins trage, dann nehmen wir das mit. So, wir haben alle Organe. Das war ein schön sauberer Akt 3. Da ich eh leveln muss, nehme ich jetzt sogar die Tempel mal mit. Weil ja hier immer eine Bossgruppe auf mich wartet. Und ich muss ja sowieso noch leveln nachher. Oh, hier Käfer mit Heldenkäfer. Das ist zum Beispiel genau das, was ich wollte. Da sollen Mana-Tränke rein. Lasst Gemali leben. Hier ist noch ein Tempel. Ne. Ups. Sah so aus. Der ist ein Wegpunkt, den brauche ich aber nicht. Trabi reicht, aber selbst den brauche ich eigentlich nicht. Schreine aber auch immer mit Telekinese auslösen. Das mache ich jetzt gerade noch nicht so oft, weil Telekinese ja auch Mana kostet. Und ich habe ja aktuell jetzt nicht das meiste Mana. Boah, nochmal Käfer. Das ist optimal. Es gibt einen richtig schönen XP-Boost. Heldenkäfer. Schön. Kehren wir auch noch den anderen Käfer. Boah, eine L-Rune. Wow. Was trägt man Merkitz eigentlich so eine Bänderrüstung mit einem Sockel? Ich glaube, die Schwerter hier geben eh keine Kohle, oder? Okay, der kann weg. Schauen wir uns das kurz an. Naja. Naja. Ich habe aber eigentlich genug Geld. Ich kann sowas inzwischen auch verkaufen. Drei Stärke kann weg. Wobei mein Geld dann alle geht, wenn ich anfangen muss, die ganzen wenn ich anfangen muss, so viele Mana-Pots zu trinken in Nightmare und Co. Das zerfrisst dann wirklich das Geld ganz, ganz schnell. Also immer weiter ein bisschen Geld sammeln ist nicht dumm. So, ich mache jetzt meine Tränke rein. Ich glaube, ich muss auch schon wieder neue Mana-Tränke saufen. Also ein Gürtel mit drei Reihen wäre eigentlich geil. Ich glaube, da würde ich sogar auf meinen Gürtel verzichten. Ich mache aber schnell Akt 3 durch und kaufe den dann in Akt 4. Okay. Machen wir das so. So, hier machen wir das Organ mal rein. Den nehmen wir jetzt mal mit. Dann muss ich nicht in die Base nach Travi. Gut, dann schauen wir uns mal Travi an. Aber ihr seht ne, ich aktuell nutze noch kein Statikfeld. So, ich nutze kurz einen Rückzug um den Merk zu heilen und dann geht's wieder rein. Das ist quasi so wie in Hölle wenn man noch nicht so equippt ist. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der Nachtfürst macht Stress. Handschuhe mit 11 MF habe ich nicht schon welche? Ne, ich habe welche mit ganz vier Resis. Kälte Resis und 11 MF aber 60 Stärke schaffe ich nicht. das ist zu viel. Da komme ich jetzt noch lange nicht hin. Nehme mal so ein paar Recktränke rein. Irgendwie nutze ich die sonst gar nicht mehr. Okay, dann machen wir mal Mephisto. Also ich muss im Kerker des Hasses Ebene 1 links rum. schon wieder eine Menge Puppen hier in Ebene 2 steht hier muss ich ich muss ja vom Wegpunkt links das weiß ich aber ich muss von hier gibt es keine keine Hilfestellung wenn ich straight gehe bin ich beim Wegpunkt das würde bedeuten ok hier ist schon mal Ebene 3 und ich will keine Mephi Runs of Normal machen ich brauche also hier keinen Wegpunkt ich brauche aber noch ein paar Heiltränke habe ich keine Heiltränke mehr auch hier könnte man jetzt natürlich direkt Statikfeld Usen aber aus sicheren Entfernung Feuerball schießen ist auch ok ne das hat tatsächlich keinen Sinn ergeben also ich hätte jeden Fall Statikfeld Usen müssen hier ganz am Anfang auf normal vor allem da macht das nämlich so viel das lohnt sich aber es ging ja auch so schnell ich glaube ich muss nichts bereuen mein armer Söldner ist zwar down der muss auf eine andere Taste fällt mir gerade auf ok jetzt kaufe ich mal einen Gürtel mit drei Reihen und jetzt haben wir die besseren Tränke zweieinhalb tausend wir haben Sigons Schuhe 20 Frw 40 Kälte ich komme halt nicht auf die Stärke das ist halt das Problem ich komme lange nicht auf diese Stärke weit entfernt und auch den Gürtel mit drei Reihen ähm da brauche ich viel viel mehr Stärke also ich glaube ich muss halt jetzt mal anfangen ein bisschen Stärke zu skillen aber die Stärke wofür brauche ich die ich meine einen Monarch den trage ich sowieso zehn Jahre nicht bis ich in Hölle bin ich skill dann immer in dem Moment wo ich einen Monarch gefunden habe um und bis dahin komme halt mit wenig Stärke aus man braucht halt ein bisschen Stärke sag ich mal zumindest um diesen Gürtel tragen zu können mit drei Reihen das lohnt sich schon man merkt ich habe zu wenig Resis habe ich eigentlich Rallrunen übrig ich glaube ich sollte meinen Helm austauschen Rall in Akt 4 ich glaube ich hatte sogar Rallrunen übrig ja schaut mal hier das nervt und zwar gucke ich jetzt mal kurz in meine Truhe ich habe null Feuerresis ich habe eine Reihruhne aber ich kann noch eine cuben dann habe ich zwei und dann gehe ich jetzt einfach in Akt 1 zurück und kaufe mir einen Helm das hätte ich eigentlich schon vor Akt 3 machen müssen denn Feuerresis sind einfach wichtig ok hier ist einer mit zwei Sockeln und ein Energie sogar der muss nicht grau sein weil ich hier nämlich einfach nur Rallrunen rein mache jetzt hat er 60 Feuerresis jetzt sehe ich ganz ganz fesch aus ist noch irgendwas ne jetzt wirklich keinen Gürtel mit drei Reihen der wenig Stärke braucht sonst habe ich 60 Feuerresis einfach mal so da habe ich jetzt wieder ein bisschen weniger Leben durch die Rubine die raus sind aber das was ich gerade gemacht habe müsstet ihr eigentlich vor Akt 3 machen weil dort diese Schamanen rumrennen das ging bei mir gut aus aber das hätte auch anders ausgehen können ich war ja da zweimal dem Tode recht nah auch in Akt 4 können schon die Schwerter die Breitschwerter und Kristallschwerter die können hier schon vier Sockel bekommen dazu werde ich nochmal ein extra Video hochladen damit das leichter zu finden ist das ist nämlich alles ziemlich kompliziert aber es sind halt da ganz viele Fehlinfos im Umlauf und es gibt aber eine Möglichkeit wie jeder für sich selbst rausfinden kann ob das Schwert jetzt bei Lahrzug vier Sockel bekommt oder nicht er muss sich nur den Ort merken wo das gedroppt ist denn selbst in Akt 4 gibt es schon Orte wo der wo das vier Sockel bekommen kann aber es gibt sogar auch Orte in Akt 5 wo das auf einmal schon ein Kristallschwert in dem Fall wo das auf einmal mehr als vier Sockel bekommt nämlich dann schon sechs ähm und deswegen ist es eigentlich gut wenn man das weiß wie das Ganze funktioniert als Eselsbrücke kann man auch immer nur ins Kau Level gehen dort wird es immer vier Sockel aber man muss ja nicht ins Kau Level wenn man hier in Akt 4 schon eins findet was vier Sockel bekommt dann kann man sich das sparen und deswegen ähm werde ich euch zumindest wenn ich hier eins finde dann werde ich euch Bescheid sagen wie viel Sockel das bekommen würde es kann allerdings keins droppen mit vier Sockeln in Normal das ist eine Bedingung weil in Normal die maximalen Sockel einfach drei sind also selbst wenn aber das Item genug Eilevel hat um bei Lard zu Quest vier Sockel zu bekommen kann es trotzdem nicht mit vier Sockeln direkt droppen in Normal das ist eine extra Regel im Kleingedruckten von dem Schwierigkeitsgrad also im Kau Level braucht er nicht Farmen ähm und auf ein vier Sockel Schwert hoffen das wird immer nur drei Sockel haben aber ihr könnt eins nehmen von dort und bei Lardzug die vier Sockel rein machen und das mache ich auch weil ein Geistschwert einfach zu stark ist das nicht zu machen wäre Verschwendung ich habe übrigens gerade ein übelst krasses Amulett gefunden ich war da gerade dabei ihn auch zu ähm das mit den Sockeln zu erklären aber ich habe gerade das absolute Jackpot Amulett gefunden das hat fünf Energie und zehn zu allen Widerständen mega also wirklich stark ein magisches Amulett habe ich den Eingang verpasst? nö das ist einfach wieder der allerletzte Winkel ich gucke gerade wie viel Erfahrung das hier so gibt das ist aber immer dasselbe in Akt 4 man bekommt einfach kaum Erfahrung das finde ich echt merkwürdig also diese Monstergruppen hier da rührt sich nicht viel in der XP so und den trinken wir mal direkt und ich bin Level 22 erst ich brauche also noch drei Level bis Akt 5 das ist nicht so geil das ist halt das Problem als Zauberer deswegen egal wie schnell ihr mit Teleport seid am Ende müsst ihr trotzdem wieder zurückkommen und leveln naja ich müsste vermutlich aber trotzdem hier nicht alles killen ich glaube es ist Zeitverschwendung weil es so wenig XP gibt vielleicht mal so eine Riesengruppe wie hier vielleicht kann man da mal stehen bleiben ja es bewegt sich ja schon ein bisschen vermutlich wird es jetzt auch nicht so viel mehr XP in Akt 2 geben genau jetzt war es Mana alle bei Isual aber da werde ich jetzt mein Statikfeld kurz nutzen jetzt muss ich nur mal auf den Knopf beinden welchen haben wir denn frei wir wollen eigentlich ich will eigentlich den hier nehmen auf Level 2 hat das natürlich fast gar keine Reichweite achso sagt nichts sagt nichts könnt ihr ja eh nicht weil es nicht live ist so schaut mal hier da musst du einfach den Workcodes ranschicken Statikfeld usen und fertig ist das Ganze Blitzwiderstand Schaden reduziert um 2 Magischschaden reduziert um 1 glaube ich immer noch 13 MF eigentlich will ich den MF-Ring behalten ich glaube den Blitzresi Ring den packe ich einfach in den Stash irgendwann brauche ich mal Blitzresis und dann dann nehme ich ihn achso meine Frostrüstung muss ich nochmal neu beinden die hatte ich auf dem Knopf was habe ich noch frei ich habe den Knopf frei so mit dem Trank hier kann ich jetzt richtig viel porten seht ihr das weil der so viel heilt dass ich dann konstant porten kann aber irgendwie habe ich es geschafft wieder dass ich ich bin am Rand lang und trotzdem habe ich den Ausgang übersehen ich glaube hier ist er ja ist mir schon öfter passiert ist mir letztens erst wieder im Stream auch passiert muss mal genau hingucken ey es ist so krass wie wenig Erfahrung man hier bekommt meine Faustregel ist dass Akt 4 immer nur ein Level gibt der gesamte Akt ein Level oh man er hat noch Danke gesagt trotzdem ist er tot Danke für nichts was war das gerade für mich achso die 2 Bonus Level natürlich 2 Punkte hier ich mache übrigens jetzt mal ein bisschen was schon in Statik fällt da will ich nämlich ein paar Punkte drin haben spätestens in Akt 5 für die Byrons will ich dort ein paar Level also hier muss ich nicht am Rand da kann ich einfach die ganze Zeit so mitten durch weil das ja nicht am Rand ist sondern irgendwo ach wir haben es ich kann gleich nochmal in die Stadt und Tränke kaufen irgendwas stimmt mit meinem Gürtel nicht der ist nämlich schon wieder leer so den Ring hier den verkaufe ich dafür und das hier bleibt ein Ring den ich im Stash habe so diesmal machen wir es aber richtig dann gibt es wirklich keine Gürtel die ich tragen kann wie viel brauchen die denn 45 Stärke ich glaube ich muss echt in den sauren Apfel beißen und die nächsten Level muss ich alle in Stärke reinhauen denn das ist schon wichtig dass man den 3 Reihen Gürtel tragen kann das ist sonst super unangenehm wie ihr seht bringt es was den Schmied zu machen nicht viel da kann eigentlich keine tolle Rune rauskommen in normal eine Toll Rune oder so schon mal die erste Rune für Geist doch das das machen wir klar so das hier eine Heldengruppe nehmen wir mit da ist sogar mal die XP ein bisschen gestiegen fällt er nicht ich werde dir mit dem Mörk mal eine Rüstung geben wollen die nicht nicht nur total kacke ist aber hab leider keine also hier können wir mal ein bisschen rein reinschießen sind aber viele Monster und nicht viel XP auch das gestaltet hier das kann keine 4 Sockel haben obwohl hier das Eilevel hoch genug ist also das wäre hier jetzt im Flammenfluss das würde 4 Sockel bekommen bei Larzo aber es kann leider nicht vierfach gesorgen droppen wie schnell meine Bahner Pots wechseln ist verrückt alle weg schwer ich muss in die base ich brauche noch mehr Pots ich brauche den drei reinen Gürtel da habe ich ein bisschen verkackt ja das ich nehme den mal raus hier ich nehme noch mehr Tränke rein den Recktrank auf den kann ich verzichten so wie habe ich jetzt im Inventar ja hier verkaufen wir mal noch ein paar da brauche ich nicht so viele auf Reserve ich glaube ich brauche eher Mana Tränke auf Reserve mit Geist wird alles besser das hat halt einen krassen Mana Boost also gibt das auch zwei Level Teleport da sinkt dann natürlich nochmal von den Mana Kosten jeder Punkt ist minus ein Mana okay der Schmied ist dann hier wohl rechts unten aber ich muss einmal noch in die Base und zwar nochmal mit Cain reden damit er mir den Stein gibt hat er mir ihn gegeben ja da ist er dann ist der Schmied jetzt dran so das wird ein bisschen schwierig denn der Merc wird da bestimmt sofort down gehen aber er muss nur lang genug leben damit ich ein statik verlieren kann ein paar getroffen ja perfekt schon da soviel dazu also eine Tullrune wäre glaube das worauf ich jetzt hoffen muss eine Adrune ist das jetzt nicht unbedingt wert gewesen aber hat auch nicht viel Zeit gekostet ja schaut mal hier jetzt habe ich auf einmal schon wieder so gute Edelsteine da brauche ich diese ganzen fehlerhaften nicht mehr das ist immer so die fehlerhaften trage ich die ganzen games mit mir rum und dann verkaufe ich sie alle weil ich sie einfach nicht brauche man hat halt die runenwörter man hat eine Tal Ed Rüstung man hat einen Helm mit Railrun wenn man eine Sollrune hat hat man einen Ort Sollhelm man braucht einfach nicht wirklich diese ganzen Edelsteine das ist halt so aber dann geben sie mir wenigstens ein bisschen Kohle so gibt das xp hier die frage geht schon ne ich bin immer noch 21 oder ich brauche halt jetzt noch so viel level oder 22 bin ich glaube 22 bin ich okay und gleich 23 na das ist okay jetzt habe ich mir einen Tick schlimmer vorgestellt so hier muss ich vor allem auf den Fluch aufpassen mit reduzierten widerständen der haut rein natürlich verstärkter schaden der haut auch rein das ist der den ich jetzt drauf habe der andere ist so ein bisschen lila das sind die beiden Flüche die mich killen können ich bin bis heute mir nicht sicher ob man lieber akt 2 tomb runs macht also die kammern bei duril und zwar immer nur dann wenn käfer spawnen und wenn keine käfer drin sind dann direkt in die nächste oder chaos runs könnt ihr mal in chat schreiben was ihr besser findet also nicht chat ich bin immer noch im live stream modus ich meine in den youtube in den kommentar bereich werdet ihr lieber die cs runs machen oder akt 2 ich kann eigentlich gleich wieder in die stadt ohne heiltränke es geht nicht lange gut das geht nicht lange gut so level 25 ich mache nur noch stärke jetzt habe ich entschieden aber ich skill statik fällt hoch weiterhin oh die mütze bekommt meinen sollten an die ist gut da freut er sich vorzeitiges weihnachts geschenk ach die ist ja auch gut gewesen hier uff die sind ja beide gut äh ich nehme trotzdem die was trägt er für eine waffe eine sense mit 20 schaden gibt es hier gar keine stangenwaffen das kann er nicht tragen kann er sowas tragen hier ach so warte mal ich dachte der kann keine speere ach ne klar kann der speere tragen das rune wort geht nicht in speere inside das geht nicht in den speer speere kann er aber tragen ach da wurde lama letztens getrollt ich erinnere mich da haben leute dann geschrieben in seinem chat so hey der kann keine speere tragen aber der chat von ihm der trollt die ganze zeit immer und der murk kann natürlich speere tragen der kann ja auch eine lanze der ehre und so tragen nur die runenwörter wie inside also einsicht die gehen nicht feuer immun muss ich mal ein bisschen statikfeld usen und dann kommt mein söldner und macht den letzten hit so einfach ist das das ist gerade der fluch gewesen mit den niedrigen resistenzen so die XP geht echt langsam vorwärts weil ich mir das so anschaue unten da wägt sich gar nichts also ich denke akt 2 total rascher kammern sind sind besser also ich werde dann mir level 25 dort holen und immer nur die käfer fahren mit teleport bin ich ja schnell muss darauf aufpassen dass ich mir die die tränke muss ich mir halt immer so in akt 4 so holen was wollte ich aufnehmen panzern schuhe ist egal hier haben wir Anlauf kurz bei den Viechern sonst ist mein Mob gleich platt also XP geht wirklich gar nicht vorwärts ich meine es war gerade sogar eine Helden Gruppe und ich habe einen Balken bekommen jetzt in der ganzen Zeit First Desise war auch drin das ist verrückt ich verstehe nicht warum Akt 4 so schlecht ist von der XP hier wieder den Auffüll Bug dann muss ich das kurz mit der Maus und der Tastatur machen aber ja sogar noch genug Tränke eigentlich dabei nur jetzt ich mein Gürtel wieder ein bisschen ruiniert von der Reihenfolge weg damit das lohnt sich vor allem gar nicht das mit dem Gürtel an und aus ziehen wenn man nur einen zwei reihen Gürtel hat da ist man schneller wenn man das so macht so die sind ja schon am leben hier ich mache ein bisschen auf Mörg Schutz weg teleportieren und ein bisschen ballern ich selbst fast gestorben lebt ja auch noch alles ach nö sollten er wieder tot habe ich eigentlich einen safety tp wenn ich hier sterben sollte ich glaube ich hatte keins das war fahrlässig so ich werde mein Mörg für Diablo noch einmal beleben einfach nur damit ich der kann auch von mir aus sofort sterben aber ich will einfach noch ein paar ich möchte einfach ein paar mal Statikfeld raus bekommen in aller Ruhe und das geht besser wenn der Mörg kurz tankt krass meine xp ist einfach nicht gestiegen in all der zeit so hier Statikfeld runter bis 0 und mein Mörg hat gar nicht getankt ich habe selbst getankt ok wir den rest den rest brauche ich eigentlich gar nicht aufnehmen das ist alles kompletter schrott da gibt nicht mal irgendwas geld das kann ich einfach alles liegen lassen sofort ok wir haben akt 4 geschafft das war alles jetzt richtig schön easy und jetzt in akt 5 gibt es keine xp mehr und das liegt daran dass es in diablo so eine xp verteilung gibt wenn sachen 5 level über dir sind oder 5 level unter dir dann gibt es weniger xp und ich zeige euch das mal ganz kurz das sieht nämlich so hier aus hier oben steht der akt und hier steht welches level ihr seid und dann steht hier eine prozentsahl und die prozentsahl heißt wie viel xp ihr bekommt und ihr seht zb in akt 1 bekommt ihr immer wenn es schön dunkelblau ist bis level 11 richtig 4 xp ich habe sogar gräfin gemacht bis level 14 weil das die helden so rum also auf level 13 habe noch im gelben Bereich da gab noch bei 92 selbst hier ist es bei 75 65 und auf 24 ist dann schon echt wenig und theoretisch ist akt 4 hier warte hier ist akt 4 ich bin gerade level 22 gewesen da bin ich hier bei 82 bei level 23 bin ich bei 89 und bei level 24 bin ich sogar erst bei 95 ich werde also dann noch mehr Erfahrung bekommen und in akt 5 bekommt man einfach gar nichts das liegt daran dass ab level 25 diese Regel sich lockert und dann bekommt man überall xp dann bekommt man in Hölle auf einmal 30 das heißt für mich ich muss einfach level 25 sein bevor ich nach akt 5 gehe und jetzt hole ich mir das halt und obwohl akt 4 hier gerade dunkelblau ist bekommt man in den kammern bei Tal Rasha einfach ein bisschen mehr Erfahrung das ist so das ist das was ich in Erfahrung gebracht habe die Boots sind absolut geil Kält Gift und schneller gehen ich glaube die packe ich mir mal in den Stash und dann muss ich einfach mal meine Stärke ein bisschen pushen für das Breitschwert brauche ich eh ein bisschen mehr Stärke falls ich kein Kristallschwert finde so und das können wir gleich in dem Game hier noch machen ja und das Ziel ist es hier die Käfer zu finden also wenn ihr in der Kammer jetzt Käfer sind dann abfarmen und sonst skippt man die eigentlich ich kann das gleich mal kontrollieren wie viel XP das so gibt hier ja genau also es ist es gibt quasi kaum Erfahrung und ich versuche jetzt mal eine Kammer mit Käfern zu finden ich hatte beim letzten Mal als ich durchgespielt habe da richtig Glück da waren direkt drei Kammern in Folge Käfer die hier sind auch okay das leider wieder ohne Käfer Zombies sind auch okay diese Skelette hier die bringen leider gar nichts ach Käfer Helden Gruppe also da direkt wie die XP rund geht aber es war nur eine einzelne Käfer Gruppe hier ja jetzt habe ich halt hier nur die leichten Mana Tränke ist natürlich auch doof das kristallschwert hier in akt 2 das muss ich nicht nehmen ne sind hier auch keine Käfer ja gucken wir nochmal eine Kammer weiter mein Mana ist aber dann eh schon wieder alle aber ich hab doch so viele Pots im Inventar das habe ich wieder falsch gemacht die müssen alle rein und dann muss ich die zweite Reihe nutzen aber jetzt habe ich eh keine mehr ja die fahren wir mit Käfer haben wir Käfer und die Schläger das ist also eine perfekte Kammer die würde ich jetzt versuchen also was heißt versuchen die würde ich jetzt komplett leer räumen ja das ist jetzt halt dann zeitintensiv das kostet jetzt bestimmt 20 minuten bis ich level 25 bin 23 halb bin ich wir sind bei dreieinhalb stunden aktuell bei drei stunden und 20 minuten sind wir ich guck mal genau auf die zeit ich hab aber tatsächlich dann die reihenfolge dieses mal ein bisschen verkackt ich hab ja gerade nochmal gezeigt wie das aussieht mit der xp verteilung und deswegen level ich immer bis 24 hier in den kammern und dann mache ich erst akt 4 und in akt 4 gibt es ja auf 24 mehr xp als auf 22 und das wäre effizienter da hätte ich bestimmt am ende noch mal 5 minuten oder 10 minuten gespart bei mir jetzt die falsche reihenfolge das kostet zeit werde ich bestraft aber das ist eine super kammer einfach die hat richtig richtig viel xp schon gegeben so ich join jetzt neues spiel weil ich keine mana pots mehr habe jetzt müsste ich erstmal in eine neue kammer aber ich mache das jetzt anders ich join neues spiel quatsch jetzt mit war rief gehe nach akt 1 gehe dann von hier mit weg punkt nach akt 4 akt 3 wäre auch okay die händler sind ungefähr gleichwert weg und dann gehe ich hier zu der guten händlerin und kaufe jetzt richtig viele tränke ein vor allem mana tränke da ich eigentlich gar keine items weiter aufnehmen will kann ich hier alles voll ballern jetzt mit mana tränken jetzt haben wir nochmal frischen anlauf wo alle kammern noch nicht gefarmt sind und dann fangen wir ganz links an oh hier sind auch käfer überall kann ich gleich mit fahren mir geht es ja nur um käfer kann ich gleich stehen bleiben und hier auch einfach mit fahren im Vergleich zu okay mein Murk hat immer noch eine kack war für die Sense könnte ich jetzt mal aufnehmen aber es ist immer noch eine kack waffe an sich zombies sind okay was haben wir noch ghoul fürsten und zombies da bin ich raus das ist eine schlechte kammer die nächste die sind schon mal gut zombies sind eigentlich auch gut aber in kombination mit skeletten und ghoul fürsten geister weiß ich gar nicht wie die so sind ich glaube aber es gibt das auch ja kostet ja keine zeit hier mal schnell ins nächste zu gehen haben wir hier mal käfer wo sind die käfer geister geister ich glaube das mache ich mal die kammer warum weil wir mal keine skelette zumindest haben und wir haben sogar käfer zombies warte mal jetzt haben wir vier gegner typen irgendwas stimmt nicht ich glaube die zombie gruppe war eine besondere die nur bei der truhe ist oder die käfer gruppe ach käfer sind hier ok dann war es die zombie gruppe ja dann ist das eine super ein super level die mana tränke nehmen wir ah das ärgert mich echt ein bisschen dass ich die reihenfolge verkackt habe ich mache das sonst immer so dass ich mit level 24 dann erst akt 4 mache schande über mein haupt aber ihr könnt das dann machen ihr könnt aus meinen Fehlern lernen die Brunnen könnte auch immer mit Statik Feldern auslösen boah das scheint Durils Kammer zu sein oder so groß wie die ist die Durils Kammer ist glaube ich immer größer nicht 100% sicher aber ich glaube es geht also deutlich schneller hier in so einer Kammer mit Käfern als in dem Chaos Sanktarium ich habe mir das ja gerade angeschaut selbst die Helden dort haben einfach kaum Erfahrung gegeben so die Kammer ist leer die war ertragreich wir sind fast Level 24 und dann brauche ich nochmal ein gesamtes Level oh Käfer schön Level 24 schauen ob die Käfer jetzt immer noch gut xp geben kann halt sein dadurch dass ich jetzt das verkackt habe mit der Level reihenfolge das sinkt da jetzt hier ganz stark haben wir gesehen also auf Level 24 gibt es hier deutlich weniger xp aber wenn ich so meinen xp balken gerade anschaue sieht das ja ok aus dafür dass ich gerade Level up hatte und da schon wieder einen ist ok das schaffen wir ich glaube ich muss einmal flott Tränke kaufen ganz flott mal nach Akt 4 und nochmal alles mit Tränken zu ballern ich habe ja sogar hier noch ein paar HP Tränke die haben sich nur nicht automatisch im Göttel gefüllt so ich glaube die direkt tränke brauche ich später mal aber jetzt nicht so ich hatte einen tp offen nicht in der kann nicht noch mehr tragen gibt mir mehr gegner eineinhalb balken das ist eine ganz kleine kammer gewesen schade der hätte doch richtig gute gegner typen naja was soll machen ach nochmal Käfer immerhin habe ich Glück was das betrifft zwei balken das schaffen wir doch noch bis 25 sich schwachen heiltank aufgenommen der bringt mir nicht so viel das sieht aus wie du gugelskammer vom stil ich habe so ein super gift drauf einmal kurz zu fahrer oh ja das sehe ich gerne und drei balken also es geht schon akzeptabel trotzdem wird es deutlich schneller gehen in der richtigen reihenfolge ich glaube 10% xp haben wir alleine jetzt weniger in dem level hier aber muss ich zu helfen wissen und wenn ihr im bnet seid der auch den vorteil könnt dann ja auch durchaus mal eine lobby joinen und das zu acht machen ich mache alles jetzt hier solo das gibt also viel weniger xp wo sind die käfer hin da sind sie vier balken ein glück haben wir doogals kammer mit käfern ein glück Ich werde das natürlich auch im YouTube-Video einfach skippen diesen Level-Part. Ich werde ja auch Kapitel dann einfügen und in den Kapiteln... Ich glaube, ich join jetzt wieder neu. Ich mache das jetzt wieder wie vorhin, weil alle Tränke leer sind. Und weil ja die Durils-Kammer jetzt schon leer ist und die wäre ja cool, wenn ich jetzt, wenn ich rejoine, nochmal Käfer in der Durils-Kammer oder so drin habe. Ich glaube, ich spare schon Zeit hier mit dem Weg. So, einmal noch Tränke auffüllen. 19 Kälte-Widerstand. Ah, ich glaube, ich brauche nicht so wirklich Kälte-Widerstand. Kann weg. Mein Geld ist hier gleich alle. Und ich bin jetzt bei 4,5 Balken. Geister. Buhl-Fürsten. Ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Also, hier gibt es auch XP, ne? Zombies. Ich glaube, Zombies sind auch okay von der XP. Ich gucke da rund auf meinen Balken. Ja, aber diese Skelette und so Nerven. Also, es muss halt schon eine Zombie-Gruppe sein, ansonsten... Ne, wir gehen mal weiter. Das ist ja nix. Wieder nur Skelette, Blutbäuche. Ach, da sind sie. Die Süßen. Mehr als genug gleich. Ich muss mal kurz meine Tränke wieder einsortieren. Ich glaube, so ist es besser. Wenn ich hier so mache... Und nur noch 4 Balken brauchen wir. Das ist okay. Vom Tempo. Kann sich sehen lassen. Blutfürsten, aber eine Heldengruppe. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Blutfürsten. Aber eine Heldengruppe. Großes Zepter. Das gibt Geld. Kann Geld geben. Muss es nicht. Und fast nur noch 3 Balken. Also, ja, das passt vom Tempo. Ich habe bei 3 Stunden 22, habe ich gesagt, haben wir angefangen. Jetzt sind wir bei 3 Stunden und 40. Also, wir haben jetzt gerade 18 Minuten gelevelt. Und ich glaube, wir brauchen nochmal so 5. Und dann haben wir es. Bisher habe ich noch gar keinen Ripp, oder? Bin ich schon mal gestorben? Doch, ich glaube, ganz am Anfang. In der... Irgendwie im Turm oder so. Ich glaube, ganz, ganz, ganz am Anfang bin ich mal gestorben. In Akt 1. Da war doch was. Da habe ich dann gesagt, so, hey, hier, Sterben ist nicht schlimm. Ich hatte ja einen TP daneben. Aber ich bin mir nicht sicher. Habe ich nur darüber geredet, dass Sterben nicht schlimm ist? Oder bin ich wirklich gestorben? Krass, ich weiß es echt nicht mehr. Und wir haben nochmal Käfer. Perfekt. Die Tränke werden aber schlapp. Ich mache es nochmal mit der Maus. Den 1,5 Balken, vielleicht reicht das noch mit den Tränken, die ich habe. Wir finden ja vielleicht auch nochmal ein paar. Oder auch nicht. Vielleicht finden wir nicht mal mehr Monster. Das ist eine Chance, oder? Das ist ein Gerstor. drop mal ein paar tränke das ist das 1 was ich brauche der letzte balken kommen ein paar käfer das ist gut nicht nachlassen weiter so ich glaube es wird schwierig mit den tränken ich muss gar nicht mehr in der kammer den rest war mich hier draußen einfach wir sind ja auch überall käfer ja super perfekt kaum eine gruppe xp schreien waren das alle auch noch maler trank ich habe hier die gruppe muss es sein dir ist es und level ab kann sofort lieben wir sind bei 344 also 22 minuten habe ich jetzt gebraucht fürs leveln und man hätte ungefähr zehn prozent gespart an xp also hätte man jetzt ja ich sage mal so zwei drei minuten gespart ist es auch nicht der weltuntergang aber man will ja alles rausholen was geht und dann hätte ich jetzt also erst akt 2 farmen bis level 24 also ich kann ruhig akt 3 durchspielen aber aber bevor ich akt 4 spiele dann einfach den akt 2 farmen so wie ich es gerade gemacht habe immer das auf die käfer fokussieren wenn keine käfer dabei sind dann könnt ihr ruhig einfach das links liegen lassen und in die nächste kammer gehen so ich muss weiter stärke skillen und noch ein bisschen statik fällt und jetzt haben wir hier auch schöne tränke und ich habe halt immer noch keinen göttel mit drei rein das ist halt übel da habe ich auch ein bisschen verkackt dass ich die stärke nicht skille jetzt ist mein geld alle aber ich müsste hier irgendwie noch was haben im goldschatz ja aber nicht viel also tatsächlich 50.000 noch und das war's die sigons schuhe kann ich verkaufen die werde ich nicht tragen sie noch ein ledierte aber ein ledierten kann man mal aufheben es gibt noch so ein vielleicht irgendein rezept mal mit dem ledierten arbeit im paladin brauchte ich das aber auf dem hier glaube nicht okay reicht ich finde ja jetzt auch einige tränke in akt 5 da droppen ja auch wer die guten tränke und nicht die wie gerade in akt zwei diese ganzen schlechten einen schluck tee so aber jetzt muss ich ein bisschen durch hier muss ich jetzt nicht jede gruppe killen das ziel ist jetzt so schnell wie es geht zu ball und dann ball runs machen muss ich wieder ein bisschen zeitgut machen schenk nehmen wir mit wir brauchen sockel quest selbst wenn ihr level wollt in akt 5 dann macht ihr einfach schenk runs oder eldritch runs wenn ihr noch nicht bei ball euch wohlfühlt aber dann es gibt ja trotzdem hier den part und geht einfach mal wieder ins eis hoch land killt schenk und eldritch und scheint das spiel neu solche die ganzen manor tränke gleich mal mit looten starke manor tränke ich glaube die uhr an muss ich machen obwohl ich eh kein ralortal schild trage ich bleibe bei dem stab aber die orthrone brauche ich halt weil ich ja irgendwann geist baue ich habe aktuell keine einzige ralortal rune und ich habe auch keine orthrone also die barbahnen mal schnell machen klingt sinnvoll der mit einem rare ring belohnt ob es eine belohnung ist weiß ich noch nicht muss ich erstmal gucken was rauskommt ich glaube hier unten ist noch eins ist noch immer nebeneinander die ersten beiden genau da ist es und das letzte ist dann immer ein bisschen weiter weg so und jetzt mit den guten tränken seht ihr was ich meine die mana kosten für teleport und der trank die sind ungefähr gleich dadurch könnt ihr dann ultra viel teleportieren so hat geklappt weiter geht's und jetzt sind alle meine tränke weg das heißt ich werde jetzt einmal in die base gehen und deswegen braucht man geld ne man versäuft all sein geld oh ich hab hier einen wegpunkt diese ganzen manor tränke die ich jetzt versorfen habe die haben ja richtig viel gekostet okay ich glaube wir nehmen einfach mal den ring mit 10 energie das sind 20 mana schwupp wieso gibt der nicht 20 warte mal ach ne der gibt gar nicht 10 energie ups 10 mana und 1 energie sind 12 mana ich nehme den trotzdem kurz mal und ich muss auf jeden fall dann immer mal items mitnehmen die geld bringen aber ein wegpunkt sagen wir schon mal ganz nice falls irgendwas blödes passiert falls mein spiel abstürzt das kann ja auch passieren ist auch die map nicht mehr aufgedeckt mana trank mana trank ein prunk schild kann man auch mal mitnehmen gibt geld böse urne löst doch ein held aus spawner nicht ein held egal kristalldurchgang dort gibt es den frostfluss ich mache nur mal so ein sicherheits tp mit amplify damage durch tp ist jetzt ein bisschen riskant das vor allem wenn hier so todesfürsten sind das kann ganz schnell übel enden aber egal no risk no fun oh jetzt hier zum beispiel mana alle und dann wenn euer mana genau dann alle ist wenn ihr gerade in so einer gruppe steht bist du sofort tot deswegen aber immer mal so ein safety tp machen gletscherweg okay brauchen wir nicht wir machen auf jeden fall anja man kann anja auch später machen vor allem bin ich gerade beim maximum resis aber dann will ich wenigstens hier einen wegpunkt oder so aber jetzt habe ich einen frostfluss gefunden dann kann ich das auch schnell machen ich muss den dann aber zurückziehen ich habe mir keinen wegpunkt geholt oh hier eine heldengruppe da bleibe ich sogar mal stehen boah habt ihr gesehen da war es das fast das ende immer wieder in der hit recovery stuck und konnte einfach nicht tp'n ich konnte gar nichts machen irgendwie kam dann am ende doch noch das tp raus und das und der teleport aber es war knapp das war säcken mannertrank heiltrank hier gibt es halt auch xp aber wenn man ein paar monster killt gibt es schön xp so wie es sein sollte nicht wie bei akt 4 guter feldhannisch den nehme ich mit sowas gibt geld ich brauche geld geld ist mana ich brauche direktränke gerade nicht direktränke helfen mir schon wenn ich jetzt wieder in so einer lage bin wie gerade wenn ich da die vierte reihe voller rektränke habe dann ist das natürlich angenehmer also es wäre jetzt ein punkt im spiel wo ich hier an dem slot rektränke mal nehmen würde warum nicht also die nächsten rektränke die ich finde die behalte ich so die rüstung hat mal wieder ein paar tränke finanziert ich kaufe mal neue tomes folianten wie auch immer warum ich statikfeld level das sehen wir dann auch gleich vor allem weil ich die für die ball runs weil ich das da brauche also jetzt wieder zurück geht ja schnell und wir haben auch schon den weg aufgedeckt den gletscher weg oder was es war jetzt ich glaube ach er hat hochebene als nächstes geht jetzt alles hier im schnelldurchgang das leveln hat halt gedauert und dann wird wieder bei ball gelevelt und hier haben wir es schon die art nee eistundra sorry die art hochebene die hatten wir glaube schon am anfang nach dem eis hochland aber ich glaube jetzt kommt der ich habe keine ahnung wie der nächste heißt gletscher weg oder waren wir da gerade schon kann es nicht sagen es ist der ach so der weg der uhr natürlich was denn sonst was denn sonst schreien der mana erneuerung cool kann man gebrauchen wegpunkt brauche ich nicht unbedingt aber schaden kann es nicht das ist die flockenhöhle eiskeller ich würde gerne einmal richtig liegen ich wäre wie so ein experte wirken aber leider ist alles was ich sage falsch naja so hier den rektrank jetzt mache ich das aber mal was ich gesagt habe jetzt mache ich das hier mal frei so und dann machen wir jetzt den rektrank hin für schlechte zeiten kann nicht schaden ich glaube hier wird früher oder später mal ein malheur passieren ok so jetzt brauche ich viele tränke da kaufen noch ein paar mehr und dann machen wir hier noch ein bisschen ein bisschen mana ein bisschen leben so dann geht es los mit den urahnen da mache ich schön viel statikfeld hier nochmal unten in tp und abfahrt die legendäre wir sind stark gefälter mal rausbekommen machen wir erstmal die beiden tod hier ein block lebt sogar noch stark warum lebt er weil ich alles abbekomme na das ging nachher richtig richtig gut und wir haben ein level bekommen maximal xp so das heißt wir gehen jetzt nochmal stärke damit wir irgendwann mal den göttel tragen können und nochmal statikfeld für mehr reichweite da geht zwar mehr feuerschaden verloren aber für also statikfeld auf normal macht halt mehr schaden als alles andere weil ihr die gegner sogar bis 1 hp runterbringen könnt deswegen ist für die ball runs das werdet ihr dann auch gleich sehen statikfeld sehr nützlich und das ist das nächste was wir jetzt anpeilen boah xp schreiben haben wir da ein paar monster killen mit bringt das was oder ist ball nicht eh viel besser es gibt schon xp hier auch ne add rune wir haben noch gar keine einzige geist rune und man es dann einfach bei der gräfin im albtraum vorher leveln wir schön ich glaube das lohnt sich eigentlich nicht hier gerade was ich mache mit dem xp schreien wenig ist es nicht wenig ist es nicht ich brauche auf jeden fall mal ein safety tp aber so viel ist es jetzt auch nicht vielleicht sind es die falschen gegner arten gut hier brauche ich einen wegpunkt ich glaube ich gehe einfach zum wegpunkt weiter oder oder kann ich nicht entscheiden oder lag eine schlangen leder rüstung oh level 42 äh ich meine ich meine stärke habe ich jetzt 42 das heißt ich müsste jetzt eigentlich den gürtel tragen können hat die sowas hat lardzuck sowas einfach ein x-beliebigen mit drei reihen das reicht mir schon ne der hat die nicht der muss ich nach act 3 ich weiß ich habe ein xp schreien aber wir machen eh gleich ballruns und dann ist das egal dann kriege ich das alles wieder zurück und noch ein punkt in statik fällt das ist jetzt nicht so wichtig oh ne jetzt hat die keine einzige rüstung ich glaube es nicht ich glaube es nicht wo ist der gürtel bitte act 3 nein nicht spinnenwald einen gürtel mit drei reihen bitte jetzt habe ich extra die stärke geskill jetzt will ich den gürtel auch auf geht's das gibt's doch nicht jetzt haben die alle alle haben keinen gürtel die wollen mich da veralbern die wollen mich veralbern ok ich geh jetzt wieder in act 4 ich zieh das jetzt durch ich geh jetzt raus aus der stadt und wieder rein hat die vielleicht was ne ne die hat keine und der hat auch keine doch ach 45 stärke wirklich na gut dann nehmen wir den mit der schnelleren erholung nach treffer ups ich habe irgendwie 42 im kopf gehabt egal wir haben jetzt einen gekauft mit frr ist ja immer gut und dann im nächsten level kann ich es tragen wie kann ich euch behilflich sein mit controller kann man aber schnell Tränke kaufen schaut mal das müsste ich eigentlich öfter machen vom wegpunkt muss man ne warte mal ich muss erstmal hier ein tp machen weil das nämlich zu eben jetzt warte mal ach ich habe mein altes tp gerade genutzt ich bin gerade vollkommen verwirrt gewesen ich habe mich gefragt so hä wie kann das sein aber ich bin mit dem wegpunkt in die stadt so und vom wegpunkt muss man immer rechts teleportieren das hat gerade gut geklappt und ich habe mich gerade so gewundert warum ich auf einmal in ebene 2 bin ich dachte so hä bin ich zurückgegangen vorhin aber ich bin einfach ins falsche tp ich hätte in den wegpunkt gehen müssen so und von der 3 in den thron ist komplett zufall da gibt es keinen trick da müsste einfach alles abteleportieren so ab in den thron raum machen wir mal ein kleines tp auf und jetzt mache ich alleine ballruns komplett alleine und das gibt trotzdem einen haufen xp und ihr könnt auch alleine ballen bis level 40 ich habe da halt meinen style ich stelle mich hier hoch und gerade bei wave 4 und 5 mache ich von hier oben dann statikfeld mein merc tankt ein paar hits sodass ich alle mit statikfeld treffe immer her meiner mit controller kann man halt nicht so gut auf sachen drauf zählen und wenn ich dann immer mein geist schwert habe dann habe ich auch mehr mana für solche sachen hier brauche ich gar kein statikfeld nutzen weil der bolt obwohl ich jetzt so lange den nicht mehr gelevelt habe ja der macht immer noch genug schaden er macht so viel schaden ok work down ist nicht schlimm das ist jetzt der erste ball run und der ist ja der schwierigste ich werde ja dann mit jedem ball run stärker weil ich immer mehr level das heißt wenn jetzt der erste ball run so halbwegs ok ist dann wird es nur noch besser und wenn der halbwegs ok ist dann reicht das wollte ich eigentlich sagen so jetzt gehe ich kurz nochmal rein rest den merc den brauche ich bei der vierten welle bei der dritten stirbt der eher als bei der vierten also schneller vor allem meinte ich der kann in jeder wave sterben aber am schnellsten stirbt denn der dritten weil er da den fluch drauf hat ich wollte doch den mercressen das ist das ist die nervosität ich bedanke die u ich bin ich bin nervös weil ich will dass das gut wird das video so und jetzt von hier oben einfach statik fällt so und dann noch ein paar bolzen daher und alles down der merc steht sogar in der nächsten wave wird es noch ein bisschen schwieriger aber das ist quasi der style die blocken sich dann alle und hier braucht ihr halt ein paar level in statik fällt weil das dann mehr reichweite bekommt so dann könnt ihr aber mal wieder resetten und runter springen und mal hier ein paar killen mal wieder hier statik fällt nutzen brennt auch wieder hoch springen und einfach so weitermachen dann könnt ihr komplett alleine ballen jetzt habe ich meinen merc down gehen lassen gerade aus dummheit hätte nicht sein müssen also den hätte ich komplett durchbekommen den merc ich habe nur ihm zu späten drangegeben genau also das lief jetzt ein bisschen holprig aber ihr seht insgesamt macht es eigentlich keine probleme und hätte ich jetzt meinen merc am leben gehalten dann hätte ich jetzt schon alles down aber dafür dass es der erste ball run ist und komplett solo ist es trotzdem super gut so finischen wir jetzt mal den lister bums level up ich werde 1 2 3 stärke skillen das kann ich durch den gürtel tragen stark ich werde noch einen punkt im statikfeld machen so 8 meter haben wir jetzt so level 9 bis 10 statikfeld ist immer so das ziel ja ein statikfeld ist halt im normalen Schwierigkeitsgrad total krass und wir haben hölle nicht durch wir haben normal durch seit jetzt vier stunden und sechs minuten gedauert das ist ein ordentliches das dauert schon lang aber normal dauert am längsten das ist einfach so weil ihr da leveln müsst in akt 1 ihr müsst in akt 2 wieder leveln das dauert alles und es wird dann aber immer schneller und schneller also ihr ballt jetzt einfach ganz normal ich werde das jetzt auch alles noch machen in dem video ihr könnt natürlich jetzt auch beenden aber ich werde das jetzt einfach noch ein bisschen zeigen wie man ballt und ihr könnt dann aber auch entspannt ähm im nächsten video dann wieder einschalten wenn es in den albtraum weitergeht aber ich werde jetzt ungefähr bis level 40 ballen level 39 38 rum geht auch aber es geht halt hier sehr flott vor allem weil jedes level immer schneller und schneller geht weil ihr mehr skill punkte zum verteilen habt deswegen ist es selbst wenn man alleine spielt sehr angenehm jetzt einfach vor sich hin zu ballen so hier erstmal wieder der trick immer rechts teleportieren dann geht es am schnellsten geht nicht immer aber sehr oft und das hat geklappt der hier ist komplett random von 3 auf Thron aber geht ja flott da waren die Todesfürsten da haben wir fast mal den Tod gehabt und das passiert dann halt wenn ihr sterbt einfach neu join es ist softcore da spielt man riskant weil man es kann und wenn ihr dann mal sterben solltet dann ist das total egal dann joint ihr einfach neu jetzt hier bei den ballruns ist das egal boah der Thron ist der ist aber saftig der Thronraum der hat es in sich ich will jetzt meinen work nicht verlieren und ihr seht was ich halt immer mache immer und immer wieder die Position ändern ihr habt teleport also nutzt es aus die Zauberin ist vor allem so imba weil sie teleportieren kann also nutzt es teleportiert am laufenden Band von links nach rechts immer und immer wieder teleportieren einfach so wir schauen wir sind bei zweieinhalb Balken wir gucken wie viel der Run gibt gut bei zweieinhalb Balken haben wir angefangen ein Punkt noch ins Statikfeld und dann fange ich halt wieder an meinen Feuerball zu skillen und dann wird es halt dann geht es halt rund mit dem Schaden so mal gucken ob mein Merc jetzt vielleicht mal im Leben halten kann wenn ich den früher save, wegtele und dann von hier Bolz schmeiße dann kriegt das bestimmt klappt das bestimmt auch oh Merc ah die Waves sind jetzt in sich die blöden Ratsmitglieder ne ich will eigentlich nicht sterben ne ich will eigentlich nicht sterben das war die Autorefill taste seht ihr hier alle werden getroffen vom Statikfeld und dann muss ich nochmal kurz nochmal ein paar Bolz hinterher schmeißen wunderbar der Merc ist halt nützlich obwohl der einfach gar keine sinnvollen Items bei mir trägt trotzdem erfüllt trotzdem erfüllt er seinen Job so jetzt wieder so schnell wie es geht Statikfeld usen oh das war die falsche Taste nein das war die falsche Taste jetzt habe ich den Run versaut da durch ok wir gehen hier nochmal hoch ich habe gerade die ganze Zeit Feuerbälle geschmissen wenn der Merc jeden Run down geht in Wave 5 ist es übrigens auch egal dann ist es halt so dann überlebt er den immer wieder ihr habt ja genug Items dann verbal also ihr habt genug Geld aber jetzt gerade habe ich den Run einfach verkackt ne weil ich aus Versehen den LT Button auf dem Controller nicht gedrückt habe dadurch habe ich kein Statikfeld benutzt sondern Feuerball sonst wäre die Wave jetzt schon die wäre vermutlich jetzt schon down das geht auf meine Kappe auf wessen sonst oh 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 Safety TP ist wichtig niemals das Safety TP vergessen oh nehmen wir noch einige ist ja gut für mich mehr XP drei Stücks sind da oben noch geil ne 2 ok ich war bei zweieinhalb Balken jetzt bin ich fast Level Up das ist doch ganz cool so viel Statikfeld raushauen wie es geht bevor der wütend wird oh wir haben nur magische Items wir geben nicht mal richtig Geld egal so wir haben Level Up also nochmal wir waren bei zweieinhalb Balken jetzt bin ich Level Up geworden und bin bei einem halben Balken das heißt auch auf P1 gab mir das gerade 8 Balken Erfahrung das lässt sich sehen oder und das bleibt jetzt auch eine Weile so also das ist äh sehr sehr viel XP die man hier bekommt bei Baal und auch auf P1 kann man da ganz entspannt bis Level 40 verweilen mal schauen wie lange ich das mache kann schon sein dass ich es bis 40 mache denn für Albtraum skill ich ja um auf Frostsphäre und da ist es natürlich äh schön je mehr Level ich habe desto krasser ist dann die Frostsphäre schon und das wird dann richtig nice und da habe ich auch ein Geistschwert ihr seht auch hier ne mit rechts rum meine ich nicht dass man immer wieder rechts abbiegen muss sondern es geht einfach darum ihr müsst einmal rechts rum von dem Wegpunkt und dann immer geradeaus und wenn es dann nicht weiter geht müsst ihr dann schauen rechts links und dann aber wieder in die Richtung also das mit dem rechts rum meint nur die Richtung die generelle Richtung in die ihr müsst das mit dem Map Reading hat man dann manchmal auch falsch verstanden man biegt dann halt rechts ab und immer wieder rechts und rechts und rechts aber eigentlich müsste das gar nicht Huch, war das nicht ein Manuschein? Wir sind einige Harpchen so wir sind bei einem halben Balken merken wir uns wieder selbst das hier gibt gute Erfahrungen wobei so viel jetzt auch nicht aber den Run haben wir bei einem halben Balken begonnen und dann schauen wir wie viel wir haben wenn der Run fertig ist mein Mörg ist so so schlecht equippt ne der so wenig Damage ok Level 9 Statik fällt das sind 8,6 Meter ich glaube das reicht da war Belastung dabei jo die Wave nervt halt ne wenn die ihre Hydras stellt dann einfach einmal resetten und die aus der Distanz abballern nein eine Millisekunde zu spät dann hätte ich Mörg hier in die Base gerettet eine Millisekunde war es ne vielleicht ein bisschen mehr aber es war ganz knapp was passiert so jetzt kommen die beiden Waves die die Erfahrung geben Save DTP nicht vergessen schaut hier alle werden getroffen und dann mal kurz rein ballern und die Luft ist rein jetzt darf ich diesmal mich nicht verdrücken das wäre gut hier bei der letzten Wave mal direkt mit Statikfeld anfangen schau ich das mal an wie einfach das sein kann wenn man die richtigen Tasten drückt die sind nicht irgendwo die sind nicht die sind nicht das war nicht das ist das ist das ist das ist Mein Baal kann ja auch mal irgendwas droppen. Der Vipern-Magier oder so kann der auch hier in Normal schon droppen. Aber in meinen Runs habe ich noch nie von Baal in Normal irgendwas Gutes gefunden. Guten Tag. Ich bin gerade Albtraum gejoint aus Versehen. Ups. Okay. Dann mache ich schnell hier den Part des Items verkaufen. 20 live. 119 Angriffswert. Ich nehme 20 Leben sogar lieber mit. Okay, jetzt muss ich aber wieder Normal joinen. So, das hatte ich gerade bei einem halben Balken begonnen. Und jetzt habe ich wie viel? Ich habe... Ich habe 8,5... Ne, 9,5 Balken. Äh, 8,5. Also gab es wieder 8 Balken. Obwohl ich jetzt Level Up war. Also es bleibt... Es bleibt bei 8 Balken. So, rechts. Warte mal, Mana schreien? Ne, schon wieder Gesundheitsschreien. Ich glaube, wenn der so eine fette Wave ist. Ne, es lohnt sich nicht. Man muss nie stehen bleiben. Weil die Ball Waves einfach so viel mehr XP geben. Es lohnt sich nicht, hier stehen zu bleiben. Ärgerliches Level. Eine Geisterrüstung haben wir. Mit Sockeln. Ja, cool wäre es, wenn halt jetzt zum Beispiel auch schon die Amrune oder so droppt. Wieso nicht? Keine Sockel. Aber gibt Geld. Eine Geisterrüstung nehme ich mal mit. Glock. Danke sehr. Okay, ab jetzt skille ich dann meinen Feuerball weiter. Damit das jetzt auch mal wieder vorwärts geht. Und umskillen auf Frost-Fähre mache ich hier jetzt nicht bei den Ball-Rons. Das geht viel, viel schneller mit dem Feuerball. So, ich mache einfach zweimal Statikfeld. Und dann raus. Dann, ich glaube, es ist die beste Taktik hier bei der Welle. Da habe ich noch dieses miese Gift drauf. Ich muss mal kurz meine Tränke sortieren. Ich habe da noch ein paar, oder? Ne. Gut, dann ab in die Base. Feuerball bekommt fast 10% Schaden dazu pro Level. Das ist ganz schön geil. Ich könnte auch die Runen mal in den Stash bringen. So, jetzt bin ich Level 30. Super easy. So, ja, hier in diesem Thronraum, wie ich vorhin gemeint, wenn ihr jetzt hier Kristallschwerder oder Breitschwerder findet, dürft ihr die nicht nehmen für Ladzug. Die werden dann hier schon sechs Sockel. Kristallschwerder. Breitschwerder können gar nicht mehr als vier Sockel haben. Die könnt ihr nehmen. Und theoretisch könnt ihr auch ein Langschwert nehmen. Da liegt nämlich eins. Das kann man nutzen für einen Geist. Dieses Langschwert, was da liegt, könnte jetzt meine Geist Base sein. Das Problem bei einem Langschwert ist, dass das ganz schön viel Geschicklichkeit braucht. Und dadurch wird es unattraktiv. Ja, 55 Stärke, 39 Geschicklichkeit. Das nehme ich nicht. Ich werde eh eins finden im Q-Level. Recht zügig. Also, muss ich jetzt nicht machen. Aber ich mache das dann erst, wenn ich die Runen zusammen habe. Obwohl ich eigentlich erst die Base... Ne, Virum ist sinnvoller. Erst die Runen-Farm, das ist halt schon ein Gräfin-Albtraum. Da kann man auch Glück haben und direkt die Base finden. Oder Q-Level für die Base-Farm, weil dort ja auch die Runen direkt mitroppen können. Ich habe den Work trotzdem belebt, damit er ein paar Hits tankt. Warum wehrt es sich Ball eigentlich nicht? Warum droppt hier nur Gülle? Ich wollte schon wieder fast Albtraum schauen. Und ich baue auch noch ein Reih-Urtal-Schild. Das kann man in A2 shoppen. Okay. Ein leerer Thronraum nehme ich auch mit. Ich habe doch Mana-Tränke hier. Wieso hat es im Göttel gerade nicht angezeigt, dass ich noch Mana-Tränke habe? Hm, komisch. Also bei F2 geht echt am schnellsten mit Feuerball. Die scheinen kaum, ähm, Feuer-Rieses zu haben. Aber jetzt habe ich wieder so ein übelst heftiges Gift drauf. Ich kann kaum gegen anheilen. Das war zu viel. Immer noch gegiftet. Die Todes-Fürsten haben es ruiniert. Und das Gift. Das Gift des Übels. Krass, was ich gerade drauf habe. Ja. Nee, jetzt darfst du nicht sterben. Bock. Komm mal mit. Und Level up. Nächste Wave. Das lief gerade nicht gut. Na ja, kann ich immer gut laufen. Der Berg ist ein Tick runtergerannt. Da war die Position nicht mehr so gut. Aber geht trotzdem down. Einfach ein paar Mal teleportieren. Geht alles. Danke. Mann. Ganz am Ende ist er doch noch gestorben, der Mörg. Soll ich Ball ohne ihn mal machen? Ja, machen wir es. Level 31 übrigens. Kein guter Start. Geht aber auch alleine. Voller Harnisch und Kettenpanzer. Nehmen wir einfach fürs Geld mit. Zack. Und ab ins nächste Spiel. 31,5 circa sind wir. Nächster Run dann direkt Level 32. Also ich vermute mal, es dauert jetzt halt schon dreiviertel Stunde oder so. Oder eine Stunde. Mit dem Leveln. Ich will aber trotzdem, dass das einfach drauf ist. Falls jetzt hier ein geiles Item droppt. dann oder die Runen, die man so braucht. Dann ist es einfach vollständig. Ich muss noch skillen. Das habe ich nicht vergessen. Jeder Punkt gibt so viel Damage dazu, dass es halt die Run-Geschwindigkeit erhöht. Ich kann auch noch mal ein bisschen Energie skillen. Das ist halt relativ egal. Weil ich eh umskill nach dem Leveln. Tut jetzt also nicht weh, dann noch mal ein bisschen Punkte in Energie zu packen. Wenn es dann angenehmer wird mit dem Zaubern. Zehn Mana sind das pro fünf Energie. Das ist nicht verkehrt. Aha, hier bei Baal kommt die Musik aus dem Diablo Loading Screen. Also wenn man gerade das Spiel gestartet hat, dann kommt immer diese Musik hier. Dämonenleder Scherbe. Die braucht nur die braucht nur 20 Stärke. Hätte ich mal die genommen. Jetzt nicht die Stärke spielen müssen. Aber ich hatte ja die da noch nicht gefunden. So, jetzt Static rauspumpen. Go, go, go. Static, 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 Static. Nice. Das waren viele. Merk trotzdem down. Der arme Merk, ey. Wie oft ich den vorschicke zum Sterben, das ist schon nicht mehr gesund. Aber ich selbst bin echt noch nicht gestorben. Ich wüsste gerne, ob ich jetzt am Anfang gestorben bin oder nicht in Akt 1. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Das kann ich mir natürlich dann einfach im Video anschauen. Wenn ich da nicht gestorben sein sollte, dann wäre ich jetzt echt bei null Toden. Ich bin ja ganz stolz. Ja, das sieht gut aus. Static, Static haut rein. Das sieht sehr gut aus. Ohne einmal zu teleportieren. Und level up. Level 32. Und der Schaden steigt und steigt vom Feuerball. Wenn er jetzt sogar mal Baal überlebt. Das wäre ein absolutes Highlight. Wow. Das erste Mal, dass der Merc nicht down geht. Und ein magischer Reif. Das kann geil sein. Das kann richtig geil sein. Ich glaube, das Prunkschild ist egal. Prunkschild brauche ich nicht. Ich trage dann sowieso Reilurteil. Ich hätte es natürlich mal nehmen können, aber das kann eigentlich nicht besser sein als Reilurteil. Der Reif war ein Fehlschlag. Schade. Ich weiß auch nicht, was normal so für Reife spawnen können. Aber ich glaube, da können schon gute dabei sein. So, jetzt will ich noch mal kurz in die XP-Sheet schauen. Akt 5 ist hier. In Akt 5 bekommt man erst ab Level 32 bis man, ist man erst im Dunkelblauen. Schaut mal, das heißt, ich bekomme jetzt jedes, jedes Level sogar mehr XP. Es ist also jetzt weiterhin in einem guten Tempo. Ich brauche natürlich pro Level mehr XP auch zum Leveln. Das heißt, ich werde jetzt vermutlich nicht mehr als 8 Balken bekommen pro Ball Run. Aber ich denke, es wird nicht viel, oh, ich muss rechts rum. Ich denke, es wird nicht weit sinken. Also, wir werden nicht viel weniger als 8 Balken bekommen. Sondern es wird weiterhin in dem Tempo vorwärts gehen. Ist natürlich super angenehm. Deswegen schaue ich jetzt mal kurz, wie viel dieser Run gibt. Ich bin bei 1 Balken und einem Drittel Balken. Merken wir uns. 1,1 Drittel. Hallo. Ich bin auch am Aufnehmen. Das hat eine witzige Stimme gemacht gerade. Aber F2 macht am meisten Bock. So ein Gemetzel. Leider habe ich immer noch nicht den zweiten FCR-Ring. Sonst hätte ich jetzt schon den nächsten Breakpoint. Aber ich bin bei 35 FCR. Wird aber spannend, wenn ich mir meinen Spirit baue. Da wird mir der Ring, glaube dann viel bringen. Denn 25 plus 38 FCR-Ring. Ich bräuchte zusätzlich zu der Rüstung, um auf dem Breakpoint zu landen. 63. Das heißt, mit einem Geist alleine geht das gar nicht. Aber mit dem FCR-Ring, da geht es. Und mit dem FCR-Ring bin ich schon bei 35. Und dann brauche ich 28 FCR für den Breakpoint. Das heißt, mein Geist muss mindestens 28 bekommen. Ansonsten spiele ich dann erstmal weiter ohne den Breakpoint und warte, bis ich die Runen finde, um das neu zu rollen. Die Runen sind ja nicht teuer. Ich brauche halt eine Hellruhne. Und dann würde ich das nochmal neu rollen. Bei 2, 3 Versuchen müsste es man eigentlich haben dann die 28. Denn es ist ja ein super niedriger Roll. Okay, wir waren wo? Bei einem und einem Drittel Balken. Und ich muss aber noch den Balken abwarten. Der gibt nämlich auch nochmal richtig viel Erfahrung. Bevor ich die Erfahrung dann final habe von dem Run. Rest in Peace Yemali. Und wir sind bei 8 Balken. Das heißt es gab 6 3 Viertel also 6 2 Drittel Balken. Ist okay. Das reicht. Wir sind nicht mehr bei 8 Balken aber wir sind immer noch bei über 6 Balken. Was will man mehr? Das ist gutes Tempo. Das heißt der nächste Run gibt mir wieder ein Level. Nein. Falscher Pot. So. Ich habe jetzt 160.000 die packe ich mal in den Schatz. ich bin Level 32 in den geteilten und gleich 33 ich muss ich glaube in dem Run muss ich dreimal links oder nee was ist das für ein komisches Level ich muss ja nach rechts eigentlich das heißt hier in dem Fall muss ich dreimal nach links also muss ich jetzt hier an der Stelle eigentlich runter zack Sollten am chillen aber der hat halt schau ich die Items an ein Spähtum des Bären 29 Schaden die Rüstung geht gar nicht Schaden reduziert um eins das ist das Equipment von ihm aber reicht für eine Zauberin reicht's er leistet seine Dienste wir waren bei 8 Balken als der Run losging wir versuchen wieder zu tracken ein man aber alle also konnte ich gerade nicht saven Mist endlich meine Isen Hartz Kiste ich beschwöre den trotzdem wieder ich habe das schon wie gesagt mal getestet mit der Zauberin in der Vergangenheit und mit Merc ist es besser als ohne außerdem kostet das jetzt auch nicht so viel Zeit zwischen den Waves weil die immer ein bisschen nach den Hydras dauert es immer ein bisschen bis der Ball die nächste Wave spawnt level 33 ich werde sofort meine Skills auspacken aber ein bisschen in Energie Feuerball jetzt bei 575 vorhin waren wir noch bei 400 also jetzt schon fast die Hälfte mehr wird immer krasser und krasser schau ich das mal an hier wie flott die Wave jetzt hier ging schaut doch nicht hin ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt die Wave ging jetzt auf einmal doch nicht so schnell wie ich das mir gewünscht habe die ersten sind zumindest schnell gestorben krass das Ball auf normal immer nur so blöd rumsteht und nichts macht ein Unique Ring oh oh da kann ja eh nicht viel dabei sein aber es ist ein Nagelring das bringt mir gar nichts denn irgendwelche magischen Ringe sind meistens schon auch in dem Bereich wobei es bringt mir Magic Feind klar auf einem Paladin hatte ich so viele krasse magische Ringe mit Magic Feind aber vielleicht warum trage ich eigentlich den 10 FCR Ring wenn der mir gerade gar nichts bringt für meine Break Points den hätte ich schon längst ausziehen können und dafür den Magic Feind Ring anziehen können das machen wir aber wenigstens jetzt und den hier tausche ich auch aus für den anderen mit Magic Feind den hebe ich aber auf den FCR Ring für später und wir haben einen Rost Griff den hebe ich auf jeden Fall auf aber wir haben einen Unique Ring das war doch ein schönes Erlebnis und ich würde sagen Nagelring ist eigentlich einer der besten der da jetzt hätte rauskommen können für uns ich meine was will man mehr als Magic Feind das ist doch ein cooles item ich muss eigentlich nach rechts jetzt geht es ja nicht nach rechts da muss ich da ganz runter und von dort dann nach rechts da war ich schon fast am Ziel gleich am Anfang der letzte run hat übrigens auch wieder sechs drei viertel xp gegeben an balken so wir schauen mal wieviel der gibt wir waren bei okay wir fangen jetzt hier an wir sind bei fünf balken das zählt einfach hier zum letzten war noch er thronraum gibt aber echt gute erfahrung ist nicht übel wenn wenn ich sterbe dann bitte nicht bei wave eins ich soll da übrigens auch nicht um skillen bis ich nicht mein geist schwert habe denn ich habe ja quasi gerade kein schild und keine waffe das heißt die gräfin runs und die kuh level runs die mache ich vermutlich auch noch mit dem feuer bild sonst habe ich nichts gekonnt ja dieses breitschwert kann leider auch nur drei sockel haben hat eh nur zwei immer und immer wieder bei wave zwei geht der markdown nee wave drei also ich war bei viereinhalb balken am anfang vor dem ton raum vielleicht sogar vier ein drittel hm ich habe jetzt nicht gut gespielt warum weil der murk nicht oben stand der war links von der treppe und schon lief es nicht mehr reibungsfrei es ist so wichtig einfach dass der murk hier oben steht da 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 haben sie auf einmal mich angegriffen und nicht mehr den work hups level up 34 sogar jetzt schon es geht voran das geht auch ein tic schneller alles als ich erwartet habe das auf players 1 muss ich immer wieder betonen panzern schuhe die können cool sein über solche einem freue ich mich eigentlich immer rare schuhe rare gürtel und rare handschuhe und ringe und amulette natürlich auch halt alle die slots wo man keine coolen run wird da hat die können halt echt was bringen und die bringen für mich nichts lebensregulation ist okay aber attack speed brauche ich nicht und ich glaube da muss ich mal an meinen merc denken hier leben feuer resi 17 erholung das ist mal eine rüstung für meinen kollegen die ist richtig nice zum glück habe ich an ihn gedacht was weiß ich was ich schon alles für sachen liegen lassen habe jetzt die eigentlich dem merc gut getan hätten irgendwie denke ich immer nicht an ihn mit irgendwelche coolen helme vielleicht sogar waffen weiß ich nicht genau was da alles schon dabei war vielleicht hätte ich es aber an dem einen wenn es gedroppt wäre auch direkt realisiert naja ab jetzt achte ich bewusst drauf normal können übrigens keine seelen oder puppen hier spawnen habt ihr vielleicht jetzt schon gemerkt nach all den runs es sind immer dieselben monster todesfürstin und harpchen so wir waren am anfang bei einem balken ein und ein drittel balken circa ging es los das level schauen wir wie es jetzt läuft level 34 leisig weiter ballern er ist down der merc verdammt es war so knapp ich habe die wave sofort ins jenseits befördert und gerade so am ende ist der mögen an den hydras gestorben oder liebe voll nenne ich sie manchmal auch hydranten warum ich immer runter und hoch teleport hier liegt übrigens natürlich auch an der controller steuerung denn ich kann nicht auf der stelle teleportieren sonst müsste ich nicht immer runter und hoch teleportieren sondern nur einmal auf der stelle und dann wäre der merk ja wieder da das habt ihr euch vielleicht auch schon denken können denn das würde ich ja nicht machen hier das und das man muss sich eben anpassen an die gegebenheiten das ging jetzt glaube ich richtig für ich glaube es könnte rekord gewesen sein von wave 5 das war sehr nice wo waren wir bei dem run ein ein drittel balken waren es glaube am anfang er komm wahl ah hier ich muss an den merc denken habe ich gerade noch gesagt und jetzt gibt es eine loch habe axt als rare die wird jetzt auf jeden fall besser als das was er trägt auch wenn es keine super geile base ist aber die die kann nicht schlechter sein als das was er trägt solange es tragen kann ja 85 jetzt hat er damage also ein bisschen mehr nicht viel mehr aber ein bisschen so jetzt mache ich das hier glaube ich mal weg und macht die hier rein wir waren bei einem und einem drittel balken das sind 1 2 3 4 5 6 wir sind immer noch bei sechs balken ein tick mehr als sechs balken gab der run also wir brauchen zweieinhalb balken bis zum level merken uns das das ist wieder in die richtung ein bisschen leichter das ist ein run wo ich dreimal links abbiegen muss höchstwahrscheinlich gleich hier oben nach links und hier müsste es jetzt nach unten gehen und da haben wir es map reading funktioniert aber vorher bei der one schaltet jetzt hier schon alles so wie es aussieht kann man sich geben also ich denke level 40 wird es dann werden bei dem tempo von der xp hier da klingt das einfach nach einem guten level gleich bin ich 35 und immer noch sechs balken pro level also warum soll ich da abweichen hoch ich habe kein statikfeld benutzt aber schaut mal hier den damage den ich mache mit feuerball bei der wave auch mein rock überlebt sogar mal also ich habe gerade kein statikfeld benutzt und einfach nur feuerball und mein feuerball macht schon so viel schaden dass das diesmal sogar besser geklappt hat als mit statikfeld ich kann das auch mal in der wave testen wie es hier läuft da macht er nicht ganz so viel und vor allem treffe ich mehr mit statikfeld also machen wir hier mit statikfeld aber wieder ein breitschwert das hätte eigentlich einfach mal ohne sockel hier liegen können dann hätte ich nämlich schon meine base für geist gehabt schade level up mal nicht ganz so reibungsfrei gerade der run also die wave dafür war die dritte gut so ich brauchte zweieinhalb balken fürs level jetzt bin ich wieder bei zweieinhalb und ball kill kommt noch oben drauf da lag eine loch habeachs aber die kann hier halt auch also die kann eh nur drei sockel bekommen deswegen habe ich die jetzt nicht genommen wäre ja eine gute base für inside kann man sich auch mal zusammenbauen wenn man da eine gute base hat der ball kill gab gerade nochmal ein gesamtes einen gesamten balken also bin ich jetzt bei dreieinhalb balken bei dem aktuellen level und das davor gab ja nochmal die zweieinhalb also gab es wieder sechs balken dazu wunderbar level 35 auch ich hätte schon mal einen punkt in die feuerbeherrschung machen müssen übrigens fällt mir gerade auf dadurch dass ich plus drei feuerfertigkeiten habe wäre mein schaden mit dem ein punkt in feuerbeherrschung krass gestiegen daran habe ich jetzt noch nicht gedacht mache ich nächstes level soweit ich das richtig in erinnerung habe steigt aber sogar der schaden von den synergien dann mehr also wenn ich synergien skille steigt der schaden von feuerbeherrschung glaube ich ich gucke gleich nochmal so und wir schauen wieder wir sind bei dreieinhalb müsste es also fast das level geben in dem run und dann macht er sogar ein bisschen damage gut am anfang gibt die 30 aber dann glaube ich 10 prozent pro level synergien geben 14 prozent pro level aber die feuerbeherrschung wird erst danach gerechnet also es ist ein punkt irgendwann wenn du so und so viel synergien geskillt hast wird dann auf einmal die beherrschung besser als die synergie das kann man ausrechnen den punkt kann ich jetzt nicht so schnell im kopf ok wenn die 3 die wave 3 mit feuerbällen so schnell stirbt dann mache ich das einfach mal so hier mit distanz jetzt man lernt immer dazu der feuerbeherrschung so rein schau dich das mal an wie leicht das geht hätte ich vermutlich von anfang an so machen sollen kurz vorher kann ich verkaufen gibt gibt schotter schau dich das ja das läuft immer besser und besser habe ich auch vorhin gemeint ja je schneller je mehr level ihr habt desto schneller geht das dann weil der feuerball immer krasser wird natürlich in dem moment wo ich jetzt das ausspreche geht der mörk noch mal daun wie auch sonst aber es sei jetzt richtig richtig easy peasy das ganze wir waren wobei dreieinhalb balken glaube jetzt noch mal ein balken von wahl aber dann sind wir jetzt nicht mehr bei sechs balken so wie es aussieht oh nice tulrune so wir sind jetzt bei neun balken wir waren bei dreieinhalb sind also gerade fünfeinhalb balken gewesen ist jetzt einen halben balken gesunken von sechs auf fünfeinhalb aber kann ich immer noch mit leben das geht gut die tulrune für das geist schwert fehlt nur noch die am rune zwei super bahnfertigkeiten hatte das gerade okay nicht schlecht kann mir einer sagen warum ich jetzt schon wieder die letzten vier runs die tränke manuell gekauft habe statt einfach den gürtel an und aus zu ziehen ich bin auch schon so ein bisschen im feierabend modus und denkt einfach nicht mehr mit ist nicht so gut bei diablo da muss man schon auch mal mit denken nicht immer aber wenn man gerade das spiel durch spielt dann wäre das schon sinnvoll auch mal ein bisschen mitzudenken jetzt haben wir gleich level 36 erreicht und mein merk macht sogar schaden das sieht schon besser aus jetzt mit insgesamt drei rare items das lässt sich sehen mein eigener charakter hat aber von den barons bisher jetzt noch kein einziges wirkliches upgrade bekommen ein bisschen schwach so kein einziges so ein rare doch ein nagelring aber ja ist das jetzt ein wirkliches upgrade ein nagelring geht schon aber so irgendwie rare handschuhe oder rare schuhe sowas war bisher noch nicht dabei jetzt gucken wir mal den schaden an 651 boom 983 der eine punkt den hätte ich mal früher machen können denn das sind quasi vier punkte in feuerbeherrschung auf einmal durch mein stab habe ich wieder mal nicht mitgedacht also hier kann man schon noch ein bisschen mehr rausholen ja stufe vier und dann gibt es ungefähr ein prozent schaden zehn prozent pro level wenn man das spiel jetzt haben sie aber ganz schön der mensch gezielt grad da war der merck schnell weg und müssen die feuerbälle her also der war richtig miserabel der run passiert und ein krummschwert eine krone nehmen wir alles mit für die für die kohle wobei ich jetzt so langsam auch vom gold ausgesorgt habe ich bin jetzt level 36 jetzt bin ich erst bei dem maximum der xp angekommen also level 36 94 prozent und das bleibt jetzt die nächsten drei level bei 94 prozent aus irgendeinem grund wird es hier hellblau aber eigentlich müsste es weiter dunkelblau bleiben denn das ist ja das maximum ich habe keine ahnung warum das da wieder hellblau wird sichelglanz boah das viele skills 25.000 gab das ding so jetzt denke ich aber dran hier zack zack und noch ein paar bonus mana tränke noch mal ein paar folianten ein level noch dann macht mein feuerball einfach mal 1000 schaden da habe ich noch eine mini ecke ausgelassen ich habe es sehr gut wir sind bei viereinhalb balken ich check das jetzt einmal wie viel das jetzt gibt wo wir am maximum angekommen sind komm söldner komm komm starke macht fein ich meine ich könnte auch hier ein helm mit topazen tragen aber ich glaube ich habe meine topazen vorhin weggeschmissen also zwei fehlerhafte da hätte ich jetzt auch mit magic fein spielen können wobei wave drei wie vier die machen feuer schaden ich glaube das ist dann doch ein bisschen angenehmer wenn ich selbst auch schön viele feuer also kommando zurück der doppel reihelm der ist fein ein gutes teil sammler stück 60 feuerwehr stand das witzige ist dass es ein magischer helm ist der hat ein energie drauf und dann zwei sockel das ist echt also zwei sockel auf magischen items sind ja schon recht selten dass man die im shop kaufen kann so deswegen ist das ein ganz witziger helm endlich lief auch mal die fünfte welle wieder merck ist am leben wir waren bei viereinhalb balken und sind jetzt schon bei neun gleich plus ball noch oben drauf steuze an murk überlebt geisterrüstung doch und wir sind fast level ab also jetzt gab es sogar wieder ein bisschen mehr als fünf balken es gab jetzt 55 und ein viertel balken oder so ne und das bleibt ja jetzt erstmal so in dem niveau haben wir ja gerade nachgeschaut auch wenn ich ein bisschen mehr xp pro level braucht das wird dann vermutlich nur minimal sinken blitz feuerwiderstand mein werk trägt doch auch schon so ein teil ne 52 live ich glaube dann nehme ich lieber das was er eh schon trägt mit den resis abfahrt damit kann ich jetzt nicht die richtung die kauerns die mache ich dann im nächsten teil also ich werde hier den ersten teil der ist ja wir sind bei fünf stunden oder so ne das reicht ja den nächsten teil den beginne ich dann mit den kauerns weil der hier lang genug ist das klingt sinnvoll denn der alt von ran wird ja sowieso dann nicht mehr so lang also normal ist das was am längsten dauert in albtraum das längste was man da hat ist halt das leveln wieder bei ball der rest geht halt echt flott um wir haben 1000 damage geknackt wir waren mal bei 400 am anfang ist aber bei 1000 das wird jetzt easy werden die dritte wave und tschüss macht's gut seien sie was nervtes dieses gift wieder ein magisches langschwert aber langschwert wollte ich ja eh nicht nehmen da hatte ich ja schon eins das habe ich dann wieder weggeschmissen ich will ein breitschwert hier im thron raum christian das teilschwert geht nicht das einzige was ich hier finden kann ist das breitschwert was ich nehmen würde die ganzen tränke hier verlockend das war immer ein griff ins klo vom drop ach level 37 sind wir schon geil nice 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 also bis 40 mache ich das geht ganz entspannt noch ich tippe mal 20 minuten ab jetzt dann sind wir level 40 milebregas ist übrigens nice für ein waffenswitch 20 im f theoretisch kann ich aber auch schaillet mir bauen und das werde ich vermutlich auch also ja ich pack's mal ins dash falls ich keine schaill rune finden sollte aber schaillet hat 25 im f ist also besser jetzt das ging schnell wenn ein paar monster im thron raum sind dann müsste es für ein level ab reichen jetzt fünf balken exakt fünf balken müsste klappen mal schauen komm 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 die auffüll taste ist schon nice für den controller mit dem gürtel wenn es alles funktioniert und gerade nicht buggy ist dann ist das sehr angenehm amulett habe ich ja ein ganz cooles mit dem zehn resis und fünf energie aber bei amuletten beim magischen da ist echt nach oben alles offen da kann so viel krasses zeug dabei sein bei rare amus auch aber res findet man jetzt nicht so oft im early game und die magischen können so krass sein in normal vermutlich noch nicht so sehr aber in der theorie kann auch da schon gut ist dabei sein sie aber nicht meinen ersten tod hier noch in der ball der wave haben muss nicht sein wo ist der letzte nee kein level ab ball oder gibt mir ball jetzt den gesamten balken kann sein das eine viel grad hat so viel gegeben jetzt könnte es ja doch noch klappen bin gespannt bums oh Schlangliederrüstung als rare oh wie knapp oh god ey ne vipern magier hier zu finden das wär so geil das müsste gehen in normal ich schau mal auf die haltbarkeit vielleicht wärs der ein unique gewesen und das kann nicht droppen dann hat's dreifache haltbarkeit aber ich glaube das kann droppen hier ok 24 ist normal oh Leute das wär krass aber da würden alle dann sagen dass ich cheate wenn ich das dann mit dem mit ner viper magier durchspiele dann dann sagen alle ja na das kann ja jeder also es ist eher besser wenn ich jetzt keine guten drops bekomme für den fürs vorführen so dann sind wir jetzt level 38 nach zwei monstern und die killen wir hier bumms oh hier drüben ist es einmal rüber zack zwei level noch dann ist dieses sehr sehr lange video vorbei aber vielleicht ist das format ja trotzdem ganz cool vielleicht haben Leute Bock einfach sich mal einen gemütlichen Abend oder das kann man ja auf drei Abende verteilen sich das rein zu pfeifen oder halt Bruchstücke davon man kann ja wie gesagt das alles über skippen mit dem leveln und nur die Sachen sich anschauen die man möchte das ist ja das schöne an YouTube deswegen glaube ich dass das hier auch wenn das am Ende sechs Stunden lang geht ich glaube dass das trotzdem ganz cool ist Todesfürsten aufpassen ich kann mal noch einen Punkt in den Feuerball reinhauen die könnte ich eigentlich auch aus der Distanz hier töten dann werde ich vielleicht nicht vergiftet eine Kappe stark stark die Kappe Schwefelkapuze heißt sie habe ich jetzt nicht so Bock drauf eine Schwefelkapuze aufzusetzen muss ich sagen welche Wave kommt vier also Statikfeld und wir haben das Game hier begonnen genau bei 0 XP ist krass wie viel XP hier die fünfte Welle am Anfang gibt auf Hölle ist das nicht mehr so da geben die vierte und die fünfte eigentlich dann recht ähnlich viel Erfahrung aber komischerweise hier am Anfang schaut mal hier die fünfte hat jetzt schon mehr als zwei Balken alleine gegeben da ist das ein bisschen verzerrt da ist die fünfte Welle krasser als der Rest und der Balken jetzt nochmal ein ganzes einen ganzen Balken wieder dann bin ich wieder bei fünf Balken pro pro Run nach wie vor auch auf Level 38 Kriegshammer ja ich bin exakt bei fünf Balken also wenn das jetzt nochmal so läuft dann bin ich im nächsten Spiel schon Level 39 und dann fehlt nicht mehr viel dann fehlt noch ein Level und dann haben wir das Ziel erreicht schön reibungsfrei Eisenstein haben wir gefunden toll am Ende des Videos mache ich nochmal ein Fazit was ich noch hätte verbessern können aber mir fällt da jetzt auf Anhieb eigentlich nur eins ein das sag ich dann am Ende nochmal nicht jetzt ne zwei fallen mir gerade ein das mit der Feuerbeherrschung könnt ihr noch ein bisschen rausholen wenn ich die früher skill direkt 30 das dort mal ein bisschen länger zur Abwechslung oh da jetzt nochmal so viele Papien waren müsste es auf jeden Fall ein Level abgeben es gab jetzt nochmal ein Drittel Balken dann schon mal im Kopf durchgehen Cow Level ist klar und die Runen bei der Gräfin Farm fürs Geistschwert und erst dann skill ich auf Frostsphäre um das ist der Ablaufplan Daran halte ich mich auch Cow Runs mit Feuerball sind auch ziemlich nice sogar besser als Frostsphäre weil die Frostsphäre ja den Schaden dann mehr verteilt also die Frostsphäre ist gut vom AOE aber beim Cow Run wenn zu viele Monster auf einem Haufen sind dann lässt die Phosphäre halt nach weil diese Eisblitze die können ja nicht unendlich viele Monster treffen deswegen ist das eh besser mit Feuerball anzufangen ich muss nur noch die Entscheidung treffen ob ich erst Gräfin runne oder erst Cow wie rum machen was was ist besser ich habe ja Zeit noch ich kann ja den ganzen Tag nachdenken hier liegt übrigens ein Kristallschwert das wäre jetzt halt sechs Sockel bei Lazzuk ich könnte das halt mit einer Rall und einer Am und einem perfekten Amethyst sockeln lassen aber das habe ich ja nicht die habe ich ja jetzt nicht die rune den Edelstein habe ich nicht dann mache ich lieber einfach Lazzuk drauf das Sockel Quest ist eh nicht wichtig es geht ja ihr könnt euch ja dann so schnell neue Charaktere hochziehen die euch Sockel Queste geben deswegen muss ich das jetzt hier nicht mitnehmen ich darf halt auf jeden Fall nicht das Sockeln das ist das Wichtige das bekommt sechs Sockel das ist glaube ich schon vielen Leuten passiert das ist spannend ein rare amulett das kann richtig reinhauen jetzt aber tut es nicht für mich und fast Level ab ein Minipixel also ab jetzt nochmal eigentlich zwei Runs nochmal jeweils fünf Balken wenn ich dann noch ein paar Monster im Thronraum kille dann habe ich Level 40 also ich sag mal zwei Runs ab jetzt noch einen kompletten Run zu machen für einen halben Balken oder so das mache ich nicht bisschen arg viele Tränke ich habe meinen sollten am Leben Level ab okay also wir sind genau bei null mal schön sehen jetzt wie viel XP reinkommt ich sag mal es werden wieder knapp fünf Balken was sonst vielleicht vier unten dreiviertel Balken oder so fünf fünf halb stunden für level 40 durch normal Ich meine, wie gesagt, das ist ja hier kein Speedrun und kein Singleplayer. Ihr müsst Solo leveln, könnt die Player nicht hochschrauben. Die ganzen Umstände, wenn man die alle jetzt mit berücksichtigt, sind 5,5 Stunden eigentlich okay. Nochmal 5,5 Stunden müssten dann eigentlich schon reichen und dann ist man durch Hölle durch. Weil es jetzt immer schneller geht. Und der Hybrid-Part bei der Hybrid-Sorg, der kommt natürlich dann erst. Nightmare wird eine Kälte-Sorg, normal ist eine Feuer-Sorg und erst Hölle ist dann Hybrid. Oh, meine Wirkung ist mit hoch. Easy. Okay, wir sind bei 4 Balken. Wieder der Balken, also sind wir knapp unter 5 Balken. Dann noch einen Run, dann kille ich nochmal Shank oder so. Kann ich auch jetzt in dem Run schon mal machen. Einmal Shank killen, dann im nächsten Run nochmal. Schon wieder eine Schlangenlederrüstung. Okay, okay. Ja, ich kille einmal schnell Shank hier noch in dem Run. Und dann müsste es genau für Level up reichen im nächsten, wenn ich da auch nochmal Shank kille. Und Eltridge. Oder nur Eltridge, das reicht schon. Ja, da bin ich jetzt knapp über 5 Balken. Go next. Ich habe keine neuen Tränke gekauft. Im letzten Run lässt die Konzentration nochmal nach. Im letzten Run, aber das ist okay. Darf passieren. Okay, ich brauche gar keine neuen Tränke. Zwei Sockel. Magische Rüstung schon wieder. Hier trauben wir jetzt eh wieder Tränke. Was soll denn da los? Tu es. Ach, ich war Level up. Nicht geskillt. Schnell aber. Nein. Ich bin vergiftet. Also ich glaube sogar wirklich, das waren null Tode hier. Das ist dann echt ganz nice. Schöner Run. Eine Teilruhne. Das hätte nochmal eine Amruhne jetzt sein müssen. Da hätte ich schon alle Runen zusammen. Ich nehme sie mal mit. Ich glaube, ich brauche sie nicht, aber ich nehme sie mal kurz mit. Ansonsten kann man das ja auch verkaufen. Okay. Die letzten... Der letzte Balken für Level 40. Dann haben wir die Mission geschafft. Das war jetzt quasi ein Livestream. So wie auf Twitch, das normalerweise immer bei mir abläuft. Nur heute auf YouTube. Und es hat Spaß gemacht. Ich hoffe... Oh, ein Eibenstab. Ein Juwel. Knochenstab gibt auch Geld, aber jetzt machen wir kurz noch Schenk und Eldritch und dann haben wir das Level. Oh, mein Merc ist down. Hups. Der muss jetzt mit... Der muss ja den Moment feiern, wenn ich Level 40 werde. Den kann ich jetzt nicht down lassen auf den letzten Metern. Das geht nicht. Wieso? Unmöglich. Dann gib dir Mühe. Und Level up. Yeah. Die Pots nehmen wir da mit. Also, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz das Item an. Meltstrim oder so, ist das doch? Oder der Eibenstab? Meltstrom. Malström. Irgendwie so. Und Feuerball ist ausgeskillt. Jetzt mache ich noch Feuerblitz hoch. Dann wird er noch stärker. Ja, Malström. Gibt sogar 30 schnellere Zauberrate. Aber brauche ich jetzt nicht. Der wäre ja natürlich im frühen Spiel geil. 40 Blitzresi und 30 schnellere Zauberrate. Also würde ich sogar auf der Zauberin tragen. Allerdings habe ich ja diesen Blattstab. Da kommt eh nichts drüber. 23 live. 8 Feuer. 10 FHR. Nicht übel. Nicht übel. Kann man das dem Merc geben? Was hatte der? 19 Kälte. 10 Blitz. 10 Erholung. Der hat auch Erholung, Leben und Feuer. Oder Feuer. Nee. Nee. Passt so wie es ist. Okay. Dann jetzt zum Fazit. Ich bin Level 40. Wir haben jetzt 5,5 Stunden gespielt. Komplett alleine im Battle. Und ich denke das ist eigentlich ganz cool. Dann in Albtraum und Hölle wird es halt deutlich schneller gehen. Hölle wird wieder ein bisschen länger dauern als Albtraum. Aber Albtraum wird einfach einen durchrushen. Weil dort die Frostsphäre dann auch genutzt wird. Ich mache im nächsten Stream dann Albtraum. Im nächsten YouTube Video. Dort werde ich Kau Level machen. Und die Geistrunen Farm für das Geistschwert. Plus dann das Rai Ortalschild. Die Tullrune habe ich schon. Ich brauche also nur eine Amrune. Das wird aber kein Problem. Und Fazit. Jetzt nochmal die Verbesserung die ich machen muss. Ist ganz klar. Erst in Akt 4 gehen mit Level 24. Weil dort mehr XP dann zu holen ist. Und bis 24. Also nachdem ihr Akt 3 durch habt. Dann schon die Talrashas Kammern Farm. Bis 24. Weil das einfach mehr Effizienz gibt. Wegen dieser Geschichte hier. Weil Level 24 bekommt ihr in Akt 4 mehr XP. Und ihr bekommt aber vor allem viel weniger in Akt 2. Also ich habe dann mit Level 24 in Akt 2 noch das Level abgeholt. Für Akt 5. Und da bin ich dann schon von 65 runter auf 55. Und das ist natürlich nicht effizient gewesen. Also das muss ich verbessern. Und der Rest war aber fein. Ja ich glaube null Tode waren es. Bei dem. Ich weiß nicht ob ich in Akt 1 einmal gestorben bin. Ich glaube aber nicht. Also eine sehr solide Leistung. Ich habe jetzt hier auch so Max Resis. Und in Albtraum wird es dann. Glaube ich ziemlich easy. Ich hoffe das hat ein paar Leuten von euch gefallen. Die auch die Zeit hatten sich jetzt hier mal ein bisschen was anzuschauen. Und die vielleicht hier ein bisschen was mitgenommen haben. Und das in der Letter dann einfach so in der Art auch nachmachen. Das ist halt für die die alleine spielen. Und nochmal der Aufruf an alle die aber gerne in einer Gruppe spielen wollen. Ich kann aber keine Leute haben. Ihr könnt einfach meinen Discord joinen. Und dort habe ich schon in Gruppen eine Gruppe einen Raum eingerichtet. Der Suche Gruppe heißt. Und dort könnt ihr dann für die Letter auch bestimmt andere Leute finden. Die da mit euch spielen. Der Link zu meinem Discord ist im YouTube Profil. Gut Video ist lang genug geworden. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Teil. Reingehauen. Reingehauen.